Also die Leute haben sich offensichtlich sehr dafür interessiert, was ich zum Beans Report sage und ich habe ja auch innerhalb dieses Reacts dazu aufgerufen, die Leute sollen mir mal möglichst sachlich schreiben, was ihre Gedanken sind zu den verschiedenen Themen und das ist auch reichlich passiert. Und dann habe ich mir gedacht, um auf diesem Erfolg aufzubauen, nein, tatsächlich habe ich mir halt gedacht, es bringt ja nichts, wenn einfach die Leute ihre Meinung schreiben und ich dann da nicht mehr drauf eingehe und anstatt dann jetzt da mühselig auf YouTube-Comments zu antworten und es liest dann keiner oder so, habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal jetzt so live durch ein paar Comments scrollen und live auch drauf eingehen, weil ich das finde, ich finde das ist interessant, weil da sind natürlich Kritikpunkte, da sind viele Kritikpunkte, gekommen, es ist auch viel Lob gekommen, aber da sind natürlich viele Punkte, die sich auch doppeln oder irgendwie, ja, zusammengehören und es ist für mich auch leichter, darauf einzugehen, wenn ich das nicht, ihr kennt das sicherlich, im Internet immer so Diskussionen, die geschrieben sind, egal ob das jetzt auf Twitter, in Foren oder YouTube-Comments oder so, die sind immer irgendwie ein bisschen, das ist einfach nicht das Gleiche. Wenn man, wenn man spricht, wenn man das verbalisiert, dann hat das oft einen ganz anderen Vibe, als wenn man es liest, wenn man Sachen liest, dann liest man die auch immer mit einer, mit irgendeiner Stimme im Kopf, manchmal liest man dann einen Vorwurf raus, wo vielleicht gar kein Vorwurf ist, manchmal liest man Ironie raus, wo keine ist oder man liest nicht Ironie aus, wo welche ist. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir gedacht, ein paar Kritikpunkte, die ich da gelesen habe, auf die würde ich gerne eingehen, vielleicht auch einfach, um meine Meinung dazu zu sagen, um vielleicht noch ein paar Einblicke zu geben, vielleicht aber auch einfach, um sie nachvollziehen zu können, also es geht mir jetzt nicht darum, jeden einzelnen Kritikpunkt hier abzuschmettern und zu sagen, nee, so ist es nicht, ähm, manche Kritikpunkte sind total valide und auch richtig, ähm, manche lassen sich vielleicht gar nicht ändern, manche sind aber auch wirklich einfach gute Anregungen für die Zukunft oder so, also ganz unterschiedlicher, ähm, Natur. Ähm, das war jetzt erstmal so der Plan und danach wollte ich eigentlich noch ein bisschen Heroes of Might and Magic zocken. Ach, ey, dieser Staub, nervig, ähm, und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, ähm, und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein, sag ich mal. So, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt euch auf Rocket Beans, äh, natürlich den Beans Report angucken, ähm, Heiko und, äh, Arno, unsere Geschäftsführer, wurden interviewt von Colin zu, ähm, dem aktuellen Geschäfts, ja, oder den Geschäftsführer, Geschäftsentwicklung von Rocket Beans, also auch mit vielen Zahlen und Statistiken unterlegt und der ein oder anderen Anekdote oder Erklärung. Entschuldigung, ich muss ja... Und aufstoßen, ähm, ich hab noch nichts gegessen, ich hoffe, meine Frau reicht mir gleich noch irgendwas mittagessenstechnisch hier rein. Und, ähm, wir, äh, und ich bin dann auf diesen Beans Report, weil ich den ja auch nicht kannte, also ich kenn zwar natürlich die ein oder andere Zahl oder die Geschichte dahinter, aber so diesen Beans Report, den dann Heiko und Arno und, äh, Colin da präsentiert haben, den kannte ich auch nicht und hab die dann auch zum ersten Mal gesehen und dann auch live darauf reagiert, was meine Gedanken dazu sind. Und es, äh, man sieht ja hier zum Beispiel, Vader schreibt gerade, mir war nicht bewusst, dass ihr Geschäftsführer habt. Ich dachte irgendwie immer, ihr macht alles. Und das zeigt ja auch immer wieder, dass es vielleicht auch ganz interessant ist für Außenstehende, ähm, ja, wie läuft das eigentlich bei Rocket Beans? Was sind auch, ähm, meine Betätigungsfelder oder die von den Jungs oder auch nicht? Und, ähm, ja, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Generell versuche ich da so transparent wie möglich zu sein. Ähm, ja, gehen wir einfach mal rein. Ach, das ist ja geil. Du kannst jetzt einen Kommentar anpinnen und der wird dann auch im Stream gezeigt oder was? Ja, seit dem Interview mit Thomas Mahler habe ich es eingebaut. Aber, dass das auch im Stream gezeigt wird, weiß ich, will ich auch mal kurz probieren. Ja, klick auf hier drauf, dann passiert. Naja, aber hier, wie geht das? Was? Geht nicht. Wo, wie, wo, wie muss ich da drauf? Vielleicht jetzt das hier? Ach, da, die Pin. Genau. So, hier. Etienne, für jedes Sub eine Liegestütze für die Fitness. Sehen das jetzt hier die Leute? Den Kasten? Streamsichtbar, ja. Geil, das ist ja mega nice. Ach, du bist einfach toll. So, wie kriege ich das wieder weg? Pin entfernen. Pin entfernen oder auf den Pin nochmal drauf drücken. Oder auf den anderen Pin drauf drücken. Sorry, dass ich jetzt, ich habe hier kein Taschentuch. Ich muss hier dauernd hochziehen, weil ich jetzt durch den Staub muss ich niesen. Jetzt habe ich ein bisschen schnupfen. So, also wir gehen mal rein in das Video. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt hier alles. Ich versuche das mal vorzulesen. Wie bitte? Zoom mal ein bisschen ran, bitte. Bisschen ranzoomen. Für unsere Mobile-User. Ja. So? So. Also hier schreibt ein Steffen Manz mit 462 Likes. Hallo, Eddie. Um die aufgeworfene Frage aus meiner Sicht zu beantworten. Die Einzelstreams empfinde ich nicht mehr als den ursprünglichen Rocket Beans-Kosmos, in Anführungsstrichen. Ähm. Ja, okay. Zum Beispiel leben Let's Plays auch viel von der spontanen Interaktion und Konversation der Teilnehmer, sprich eines Duos im direkten Austausch miteinander, statt nur Einzelpersonen. Okay, also erstmal dieser Abschnitt. Also zum einen muss ich sagen, die Einzelstreams empfinde ich nicht mehr als ursprünglichen Rocket Beans-Kosmos. Ja, das ist ja auch nicht wirklicher Rocket Beans-Content. Also es ist halt natürlich so eine Mischung. Ähm. Offiziell ist es natürlich nicht Rocket Beans. Rocket Beans ist Rocket Beans, hat die Rocket Beans-Kanäle und den Rocket Beans-Content. Und das ist auch Rocket Beans-Content. Dass aber natürlich die Leute, die bei Rocket Beans sind, auch irgendwo anders auftreten oder Sachen machen, ähm, ist ja okay. Das ist ja eigentlich auch völlig klar. Aber das macht's nicht automatisch dann halt zum Rocket Beans-Kosmos. Aber natürlich ist das, die Grenzen verschwimmen da, ja. Wenn ich jetzt ein Let's Play auf Rocket Beans mache oder ein Let's Play auf EdeLive mache, ist es beides mal ich, der ein Let's Play macht. Also es ist, ne, das ist immer so Definitionssache, die natürlich auch immer so ein bisschen albern ist. Ähm. Nur rein offiziell ist es nicht so, dass die Einzelstreams, ähm, Rocket Beans-Kosmos sind. Ähm. So, es gibt ja im Rocket Beans-Kosmos dann auch noch Let's Plays, ne? Also wenn ich zum Beispiel mit Colin dann, ähm, Let's Plays mache oder so, dann ist das ja auf Rocket Beans und nicht auf meinem Kanal. Ähm. Das nur mal so kurz zur Begriffserklärung. Letztendlich verstehe ich den Wunsch danach, dass das irgendwie kategorisiert wird. Aber ich denke mir halt so, eigentlich ist es ja egal. So, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ich bin Fan von Bill Burr und dann gibt es die offiziellen Bill Burr-Sachen, die auf seinem Kanal sind, aber manchmal ist Bill Burr auch bei dem Podcast zu Gast oder macht da Sachen oder da Sachen und dann gucke ich das ja auch und dann ist mir egal, ob es jetzt BillBurr.de ist oder nicht. Am Ende geht es ja einfach nur darum, ich will Bill Burr sehen und was macht Bill Burr und finde ich es gut oder finde ich es nicht gut oder finde ich es unterhaltsam oder nicht unterhaltsam. Also, ähm, das ist natürlich alles irgendwie so bei Rocket Beans auch alles so ein bisschen fließend. Die Grenzen sind da nicht immer so ganz klar definiert und ich glaube, damit haben auch viele Leute so ihre Probleme, wie wir gleich noch in den, ähm, weiteren Kommentaren sehen wir, ne? Aber wir gehen erstmal weiter rein hier. Ähm, zum Beispiel leben Let's Plays auch viel von der Interaktion und Konversation der Teilnehmer, sprich eines Duos. Okay, das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich total nachvollziehen kann, also dass man sich mehr Duo-Let's Plays wünscht, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass es auch vor dem, vor der Umstellung von Sender zu Einzelstreams zumindest mit meiner Beteiligung nicht mehr Duo oder nicht, meiner Meinung nach nicht viel mehr Duo-Let's Plays gab's, als es jetzt auch gab. Äh, es gab, äh, die Sachen, die ich mit Colin gemacht habe, die gibt's immer noch und es gab, äh, ein oder zweimal haben wir aber auch nicht so oft hingekriegt mit Simon das Adventure-Ding. Ähm, es gibt nach mir vor in die Tonne mit, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin mir auch nicht immer mit allem hundertprozentig sicher, was wir an Content machen, aber es gibt immer noch den Simon und Gregor-Content. Es gibt immer noch den Simon und Nils-Content. Ähm, es gab auch nach der Umstellung lange Zeit noch den, ähm, Florentin und Nils-Content. Also es gibt diese Zusammenspiele, ähm, immer noch. Den Beanstag, das stimmt, den gibt's nicht mehr. Ja, beim Beanstag ist es aber auch so, also die Konstellation, dass wir da wirklich zu viert saßen, Budi, Eddie, Nils und Simon, die, ähm, die gab's auch nicht mehr so, so häufig. Ich muss auch immer wieder dazu leider sagen, bei manchen Sachen hat uns halt auch die Realität eingeholt, ja. Also ein Budi, der eine schwere, depressive Erkrankung hatte und einfach ein Jahr lang gar nicht mehr on air gehen konnte, das ist natürlich so eine Sache, äh, da kann man, da kann man sich drüber ärgern oder kann sagen, ja, schade oder so, ähm, aber das ist nur eine, eine Realität, mit der man einfach leben muss. Und auch, dass ein Budi dann zurückgekommen ist und gesagt hat, ich will eigentlich nicht mehr primär vor der Kamera stehen, das ist einfach natürlich einen Wunsch, den, äh, der verändert natürlich eine gewisse Konstellation, ja. Stellt euch, ich bin ein bisschen vermessen, wenn ich das sage, aber stellt euch die Beatles vor und einer sagt, ich hab keinen Bock mehr, weiß ich nicht, zu singen, ich will, ich will das nicht mehr, dann verändert sich natürlich die Band in einer gewissen Art und Weise. Und, ähm, das muss man dann auch respektieren, zumal ein Budi, der dann auch, was weiß ich, 15 oder noch mehr Jahre vor der Kamera stand, äh, mittlerweile drei Kinder hat, ähm, dass, dass sich Interessen auch beruflicher Natur auch verschieben, das ist nun mal eine Realität, das muss natürlich einem nicht schmecken, wenn man nur reiner Konsument ist, ne, also wenn man einfach nur, äh, konsumiert und sagt, ja, mir ist es eigentlich egal, ich will aber, ich will, dass die für mich tanzen, ähm, kann ich auch verstehen, aber es ist nun mal auch eine Realität, dass sich sowas ändert, ne, Gronkh macht auch nichts mehr mit Salazar und, ähm, keine Ahnung, äh, die Peatsmeets machen in unterschiedlichen Konstellationen und, äh, diese Veränderungen passieren. So, man darf auch eine Sache nicht vergessen, wir sind alle schon noch ein bisschen älter als die meisten anderen Streamer, die ihr, äh, kennt und ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die dieses Business machen, also streamen, zocken, let's playen, whatever, die Kinder haben und trotzdem noch so viel vor der Kamera sind und abhängen. Ähm, es gibt's vielleicht vereinzelt, aber ein Gronkh, keine Kids, ein Hand of Blood, keine Kids, ein Bonjoa, keiner hat Kids. So, äh, Peatsmeet, glaube ich, jetzt, äh, kommt das erste Kind da bei, bei Peter, aber, ähm, ja, Maxim ist die, die krasse Ausnahme und Maxim kann man da natürlich gerne ranziehen, aber Maxim macht auch die Maxim-Show. Der macht jetzt, äh, morgens seine Sachen, wenn die Kinder in der Schule sind und dann nicht mehr, so, ne? Ähm, ich will nicht sagen, es gibt keine Streamer mit Kindern, so, Sepp hat auch ein Kind, okay, aber es ist einfach, es verändert einfach viel. Es ändert auch viel, wie die familiäre Situation ist, wie alt sind die Kinder, ist die Frau berufstätig, nicht berufstätig, solche Sachen einfach. Ähm, ihr müsst mir jetzt nicht im Chat aufzählen, welche Streamer Kinder haben. Ähm, ich glaube, ihr könnt mir, äh, glauben, dass Kinder, ähm, einiges fänden, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Sepp sonst so streamt, aber, ähm, jetzt auf mich bezogen, ich hab zwei Podcasts, der mit Katjana ist ja mehr oder weniger, äh, passé. Ähm, ich hab bei Rocket Beans vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Shows, ähm, dazu noch meine Einzelstreams. Also, ich glaube, man kann jetzt mir persönlich nicht vorwerfen, dass ich zu wenig Content produziere und das, obwohl ich noch zwei Kinder habe. Ähm, das ist einfach nochmal ein Faktor, äh, der da mit reinspielt. Generell das Privatleben, was sich halt im Alter auch verändert und dem man dann auch beruflich, ähm, sich anpassen muss. Es müssen doch nicht mal Kinder sein, ja. Ich will das gar nicht als Ausrede sagen, es kann was auch immer sein. Beim Simon war es zum Beispiel auch so, äh, Simon ist nach Berlin gezogen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ist natürlich nicht so geil, ähm, und ja, es ist auch eine schwierige Situation, weil wir haben unsere Firma nun mal in Hamburg gegründet und wenn Simon dann nach Berlin geht, dann ist es natürlich einfach schwieriger, manche Sachen zu machen, als wenn man direkt nebeneinander wohnt. So. Auf der anderen Seite hängen beim Simon da auch private Sachen ran, ja. Simons Frau, äh, ist aus Berlin, die hat schon vor Jahren, ähm, auch den Wunsch geäußert, nach Berlin zu gehen. Simon wollte immer nach Berlin, schon zur Gründung von, von Rocket Beans Zeiten. Waren wir in Berlin, haben dort mit Produktionsfirmen geredet, als es noch nicht klar war, dass wir Rocket Beans, äh, mit Riesenbuhai machen, stand, äh, Berlin schon immer, äh, zur Entscheidung, die Veränderungen mit sich bringen. Und in dem Fall waren es eben auch dann Simon und Budi zum Beispiel, die ganz klar private Entscheidungen getroffen haben, die aber, ähm, ja, eine Auswirkung auf die Führerkonstellation hatten. Zum einen zum Beispiel sowas wie ein Bienstag, was dann nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit stattfinden konnte, ähm, und zum anderen aber auch intern, wer macht eigentlich was? Das ist ja auch für uns dann Novum gewesen. Am Anfang waren wir zu viert, ich klammer jetzt mal Arno da raus, waren wir alle in Hamburg, alle waren on air, alle haben mehr oder weniger gesagt, wir verdienen das Gleiche, wir machen das Gleiche, wir fragen jetzt auch nicht nach, wer macht wie viel, ähm, ob jetzt einer eine Sendung mehr hat oder weniger und so weiter. Äh, wir vertrauen uns da, wir haben, wir vertrauen uns auch, dass jetzt nicht einer sagt, ich mach jetzt, äh, ich bin ja meine Firma, ich mach jetzt drei Monate Urlaub, tschüss, nach mir die Sintflut. So, und das hat auch immer, ähm, gut geklappt, aber dann verändern sich halt Sachen. Der eine ist in Berlin und sagt, ich kann jetzt nur noch zweimal die Woche kommen, der andere sagt, ich will nicht mehr on air. Dann hast du einen Arno, der sagt, Leute, ey, mir ist das hier alles zu viel, ich brauch auch mal ne, ne Pause, ich, 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 ich geh sonst vor die Hunde. Es sind viele so Kleinigkeiten, die man jetzt nach außen nicht, äh, mitkriegt, die auch nicht besonders, äh, entertainig sind, ähm, aber das sind Sachen, die zu Veränderungen in der Realität und im Content, den man anbietet, führen. So, ähm, das gehört einfach dazu. Dazu gehört auch, dass sich, das hab ich auch schon beim Reaction gesagt, dass sich das Business ändert. Ja, also vor 10, 15 Jahren, als wir angefangen haben mit, äh, Rocket Beans TV, da war es noch nicht so einfach, sag ich mal, als One-Man-Army, ähm, auf erfolgreichen Füßen zu stehen. Ja, also ich nehm jetzt mal, nehm wir mal einen Gregor oder einen Donny oder, äh, ja, äh, keine Ahnung, wen auch immer, äh, wer, wer sowas machen wird, Janina, egal. Heutzutage, sag ich mal, hast du einen einigermaßen erfolgreichen Podcast, streamst ein bisschen, machst ein bisschen YouTube, machst ein bisschen vielleicht Influenz-Kram und so weiter und zack hast du schon eine Summe, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad natürlich, ne, den du dir aber ja zum Beispiel bei Rocket Beans dann geholt hast, ab da verdienst du vielleicht schon so viel Geld, nicht jetzt um reich zu sein oder so, aber genug Geld, um einer Festeinstellung eine Absage zu erteilen. Ja, also angenommen, keine Ahnung, du bist, äh, du verdienst dann, was weiß ich, drei oder viertausend Euro brutto, so, und dann, ähm, bietet dir vielleicht dein Arbeitgeber, in dem Fall Rocket Beans, ein ähnliches Gehalt, so, und dann stehst du vor der Wahl, ja, soll ich jetzt für jemand Fremden, für das gleiche Geld, 40 Stunden die Woche arbeiten oder bin ich mein eigener Chef, mach, wann ich will, was ich will, hab vielleicht 500 Euro weniger, ein bisschen weniger Sicherheit, aber am Ende des Tages bin ich ne, ne, ne One-Man-Army, arbeite an meiner eigenen Marke, ja, das ist eine Realität, die, ähm, die einfach da ist, der man sich stellen muss als, ähm, Arbeitgeber, aber das ist auch ne Realität, die sich für mich stellt, als Content Creator, als Macher, als, äh, der, der Firma. Wenn ich sehe, okay, ich zahle mir hier ein Gehalt X bei Rocket Beans aus, aber, ähm, und von den, von den vielen Einnahmen, die, die Rocket Beans einnimmt, gehen aber, äh, mehr oder weniger 100% wieder in die Firma, aber wenn ich alleine mein Ding mache, dann hab ich unterm Strich viel mehr übrig, dann, äh, komm ich natürlich auch ins Grübeln. Dann denk ich mir natürlich auch, ja, okay, also, hm, steck ich jetzt den Rest meines Lebens nur noch in die Marke Rocket Beans und hoffe, dass da irgendwann mal was zurückkommt oder versuche ich auch noch ein zweites Stand bei mir aufzubauen. Und ich glaube, dass das total logisch ist, wenn man dann in einem gewissen Alter ist und wenn man irgendwie, also, ich kann jetzt, ich will jetzt auch nur von mir reden, ähm, ich mach das seit fast 25 Jahren, Leute. Ich bin seit fast 25 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, fast täglich vor der Kamera. Und ich hab, äh, die meiste Zeit so wenig Kohle, äh, rausgezogen aus diesem Business, dass ich nie mich absichern konnte in irgendeiner Form. Und, ähm, jetzt hab ich zwei Kinder und eine Familie und natürlich, ich wär ja bescheuert, wenn ich nicht auch gucken würde, dass ich auch versuche, irgendwie, ähm, mich abzusichern oder irgendwas, äh, ja, äh, mal auf die hohe Kante zu legen, auf gut Deutsch. Und das ist eine Situation, ja, die, die ist auch einfach realistisch. Das ist realistisch. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ohne die Dachmarke, ohne das, was man mal gegründet hat, zu gefährden, aber gleichzeitig auch zu gucken, dass auch selbst doch was für einen abfällt, dass man nicht einfach nur wie so ein, wie so ein ausgewogenes Handtuch am Ende einfach da ist. Und man hat man irgendwie die ganze Zeit, man hat alles gegeben, man hat, alle haben einen auf die Schulter geklopft, hab gesagt, hab dir super gemacht, aber am Ende bist du einfach nur noch komplett am Arsch, du bist alt, keiner interessiert sich mehr für dich, du, du hast keine Einnahmequellen, es ist vorbei und du guckst zurück und sagst, hast zwar viel Schulterklopfen gekriegt, aber das war's. Und das ist natürlich schon auch was, eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und die rückt näher, je älter man wird. Das ist einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche nur zu erklären, warum Veränderungen stattfinden. Wir waren beim Bienstag und jetzt habe ich eben mal versucht zu erklären, warum dann sowas wie einen Bienstag einfach es nicht mehr gibt. Das ist ein schleichender Prozess auch, ne? Das ist nichts, wo man von heute auf morgen sagt, ach, Bienstag, weg mit der Scheiße. Sondern es ist ein schleichender Prozess. Das fängt dann so an, dass dann erst ein Budi nicht mehr da ist, dann ist ein Simon nicht mehr so oft da. Dann gehen die Quoten vielleicht ein bisschen runter, dann sinkt aber auch schon so ein bisschen die Eigenmotivation, weil man sich denkt, naja, gut, jetzt ist es eigentlich eh nur noch Nils und ich und dann macht das jetzt eigentlich noch so viel Sinn und die Quoten stehen jetzt auch nicht dafür, dass die Leute da megamäßig drauf abfahren. Und so ist das ein schleichender Prozess. Und irgendwann denkst du dir dann halt auch als Firma, okay, ein Bienstag bedeutet, du musst die Gaming-Area bespielen. Das ist dann mindestens vier Leute, die da sitzen. Das ist Kamera, Licht, Regie, Sound, dies, das. Und dann kommt da einfach eine Wirtschaftlichkeit dazu, die wir bei Rocket Beans einhalten müssen. Wir müssen mehr auf Wirtschaftlichkeit achten, weil es uns sonst einfach nicht mehr gibt. Wenn wir mehr ausgeben, als wir einnehmen, sind wir tot. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir alles, was wir produzieren, irgendwie gegenfinanziert bekommen. Da hilft natürlich der Supporters Club, haben wir ja dann auch in dem Beans Report gesehen, der Supporters Club, hilft, um Löcher zu stopfen. Aber ultimativ muss man als Firma dann auch so was wie zum Beispiel Mannstunden, so heißt das. Also jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin hat sozusagen einen gewissen Wert. Ist ja logisch. Du zahlst denen monatlich Geld, egal was die machen. Erst mal. Die kriegen ihr monatliches Geld, ob die jetzt Nase popeln oder irgendein Franchise aufbauen, ist erst mal egal. Das monatliche Gehalt ist immer gleich, unabhängig davon, wie das Ergebnis ist. So, und als Firma musst du dann natürlich gucken, dass du diese Mannstunden, die du zur Verfügung hast, die Geldkosten, dass du die sinnvoll einsetzt, wie bei so einer Wirtschaftssimulation. So, und wenn du dann ein Format produzierst, bei dem, weiß ich nicht, zehn Leute beteiligt sind, was dann, wenn du da die Mannstunden draufrechnest, also anteilig die Leute, wie viel Zeit sie an diesem Format arbeiten und das dann runterbrichst, auf was sie die Firma dann in dieser Zeit quasi kosten, dann kannst du gegenrechnen, wie viel nimmt das Format ein. Und wenn dann kein Sponsoring drauf ist, dann zählen also nur noch die Klicks. Ist ja logisch. Also das, was du dann bei YouTube mit diesem Format einnimmst. So, und dann kommt man ganz schnell an Realitäten, wo du feststellst, oh shit, das Format ist im Vergleich vom Aufwand zum Ertrag eigentlich ein Minusgeschäft. Das kannst du dann ein bisschen ausgleichen, ja. durch zum Beispiel sowas wie den Supporters-Club. Aber das ist natürlich endlich. Und ja, dann, oh, danke schön. Deine wunderbare Frau hat mir eine Tiefkühlpizza. Danke. Guck hier. Ich habe nur nichts gegessen. Also sind das einfach, da kommen dann noch weitere Faktoren. Neben dem, was ich gesagt habe, neben den privaten Faktoren, kommen dann eben auch solche wirtschaftlichen Faktoren dazu. Und das ist dann vielleicht der Grund, warum es einen Beanstag nicht mehr gibt. Dass das dann natürlich bei Konsumenten irgendwie schade ist, also bei Leuten, die das gerne geguckt haben, kann ich total nachvollziehen. Aber auch da gibt es dann meistens auch Gründe, die weit komplexer sind als, ja, machen wir einfach nicht mehr, ist uns doch scheißegal, was ihr denkt. So, also da kann ich euch hundert Prozent, hundert Prozent sagen, dass keine Entscheidung im Hause Rocket Beans jemals so getroffen wurde. Dass man sagt, ist uns doch scheißegal, was die Fans oder die Zuschauer wollen. sondern im Gegenteil. Dass man wirklich alles immer tausendmal gegenrechnet und überlegt und wie kann man es machen. Da geht so viel Gedanken, so viele Gedanken gehen da rein, um da das Optimum rauszuholen. Und es ist einfach ultra schwierig, diese unterschiedlichsten Einflüsse alle unter einen Hut zu bekommen. Und das macht es einfach teilweise sehr schwer. So, trotzdem kann ich verstehen, dass man den Beanstag vermisst. Und ich kann auch verstehen, dass man sich mehr Interaktion und Konversation unter den Teilnehmern wünscht. Und es ist auch sicher was, was man in den Einzelstreams mehr machen könnte. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, dass Simon, Nils und ich zum Beispiel mehr zusammenzocken. Jetzt muss man aber auch sagen, das war auch nicht immer, wenn wir es gemacht haben, von Erfolg gekrönt. Das kann Nicola bestätigen. Ich habe zum Beispiel mit Nils dann Portal gezockt. Und sagen wir mal, wie es ist, das war ein ziemlicher Flop. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob es am Spiel liegt oder was auch immer. Und auch wenn wir Fußball im Stream gezockt haben, war das jetzt auch nicht immer so krass. Und auf der anderen Seite, ja, also ich will nicht sagen, dass wir da schon am Ende der Experimentierfreudigkeit sind. Und ich nehme das Feedback auch auf jeden Fall mit, dass wir mehr miteinander zocken. Aber die Zahlen haben bis jetzt selten dafür gesprochen, dass es sehr viel erfolgreicher ist, wenn wir was machen. Es kommt immer auf die Situation an. Wir haben ja auch viele Sachen zusammengezockt. Sons of the Forest. Keine Ahnung. Halo am Anfang. Halo Infinite haben wir viel gezockt. Keine Ahnung, mir fällt jetzt auch gar nicht mehr alles ein. Dazu kommt aber auch da wieder die unterschiedlichen Lebenssituationen. Das heißt, zusammen zu streamen. Für mich persönlich ist das Geile am Streamen, dass ich einfach es machen kann, wann ich will. So wie heute. Um 15 Uhr einfach, ey, weißt du was? Kinder sind beschäftigt. Ich hab Zeit. Ich will jetzt einfach streamen. Ich setze mich einfach hin. Zack. Schmeiß den Stream an und kann hier das machen, was ich jetzt gerade mache. das ist für mich ein absoluter Luxus. Ich muss es mit niemandem groß absprechen. Ich brauch keine Techniker. Ich brauch niemanden im Prinzip. Außer hier mein Setup und los geht's. Das ist ein, ja, es ist für mich ein absoluter Luxus als jemand, weil ich kann dann auch sagen, so, jetzt stream ich statt heute Abend um 8, stream ich jetzt um 3. Dafür kann ich heute Abend die Zeit mit meiner Familie verbringen. das ist mir wichtig, das handhabt auch jeder anders oder so, aber für mich ist das unheimlich wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und, ja, das ist ein Luxus. So, und den Luxus hat natürlich auch ein Simon und den hat auch ein Nils und in dem Moment, wo man zusammenzockt, ich weiß, das muss nicht ihn interessieren, da kann man genauso zynisch, ich würde wahrscheinlich auch zynisch drauf an, naja, ihr werdet es ja wohl mal hinkriegen, euch mal irgendwie zu dritt verabreden und zu zocken. Ja, kann man natürlich dann unter sowas kommentieren und da ist auch irgendwie ein Stück Wahrheit dran, Realität ist aber auch, ja, vielleicht hat aber der andere keinen Bock um 15 Uhr oder der eine muss seine Kinder um 15 Uhr aus der Kita abholen, der andere möchte heute Abend aber hat seiner Frau versprochen, Filmeabend zu machen. Die Stars Ananas, auf jeden Fall, diese Flexibilität, das ist alles, was ich versuche zu sagen, ist nun mal ein Faktor, warum es nicht immer so leicht ist, irgendwas zusammen zu machen, zumal, wenn man das Gefühl hat, es hat nicht so unbedingt den Mehrwert, ja, ähm, also wenn man jetzt das Gefühl hätte, wenn Simon, Nils und ich zusammen was zocken, dann hast du hier 30.000 Zuschauer auf Twitch, dann würden wir das sicherlich auch häufiger hinkriegen, ist aber nicht so, ja, das ist zwar so ein Wunsch, der dann so aufkommt und ich glaube auch, man sieht das zum Beispiel bei Beans Home, da haben wir das geschafft bei Rocket Beans, da kommt das auch auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn man das in den Solo-Streams ist. Ähm, ich finde trotzdem das Feedback sehr wichtig, dass man sagt, wir wollen euch als Einzelpersonen häufiger gerne zusammen sehen, deshalb haben wir Almost Daily zurückgebracht in der Konstellation, in die wir versuchen auch immer einzuhalten, deshalb haben wir Beans Home ähm, jetzt, äh, gegründet und, ähm, ja, wir wollten eigentlich mehr Events auch haben, leider ist da auch immer wieder das Problem mit Sponsoring, wenn da ein Sponsor abspringt, dass es da nicht zustande kommen kann. Sorry, ich muss hier einmal, ich hab noch nichts gegessen, äh, krieg hier einen Wackel ab. Ich kann's vielleicht noch mal sagen, während du grad ist, ähm, wir planen tatsächlich ein Beef React zu machen, also das wird schon ein paar Mal vorgeschlagen jetzt, wir wissen nämlich genau wann, wir versuchen das vorher einzukündigen, also, da könnt ihr euch freuen auf hoffentlich einen guten neuen, äh, Coop-Projekt mit Nils zusammen. Ja, Beef React wird's geben, ähm, ja. Genau, deswegen, freut euch da drauf. Du kannst generell, wenn ich irgendwas Falsches sage oder was Richtiges sage, ganz gerne ergänzen, Nicola, ne? Was Richtiges soll ich die ganze Zeit dich loben? Hast du gut gesagt, Eddie, das geht mit dir. du kannst es aber, dann kannst du sagen, ja, Mann. Ja, Mann. Motivation. Ich glaube, ich war ja auch gespannt deinen Worten, deswegen. Ich schreib mir auch im Chat. Aber genieß mal deine Pizza. Habt ihr sonst noch Fragen? Elden ringt die LC-Planer, das ist, glaube ich, äh, versteht sich von selbst, dass du das zocken wirst zum Release. Könnt ihr euch schon mal, könnt ihr sicher sein. Ja. Ich hab vier Wochen nach Release bin ich im Urlaub. Das heißt, ich muss den Elden Ring DLC in vier Wochen durchkriegen. Also machen wir einen Countdown dann, so einen, so einen, äh, hier, Speedrun. Schafft es Eddie, den kompletten DLC zu schaffen, innerhalb, oh, das wird lustig. Ja, Mann. Oder so einen kleinen Timer ein, da zählt er 100 die ganze Zeit. Du musst dann in der Zeit das Spiel schaffen. Das könnte schon lustig sein. Aber unnötig viel Stress erzeugen. Ja. Hier seht ihr übrigens, äh, unten links, ein neues Video auf dem Uncut-Kanal. Der ist großartig, der Uncut-Kanal. Da gibt es, äh, ja, da hat, wie war das? Matteo hat eine Skill-Tier-List aufgestellt, mit die inkludiert. Ich hab auch schon gesehen, Montana Black hat auch eine gemacht. Skill-Tier-List. Und Andy war nicht gerade weit oben. Und ein sehr gutes Video daraus geworden. Und dann gab es auch die Diskussion über, äh, Divi hat auch eine gemacht und so. Das Problem bei diesen ganzen jungen Streamern und Streamerinnen, dass die, die haben keine Ahnung. Das muss ich einfach so deutlich sagen. Ne, aber wirklich. Das ist wie, wenn du dich hinsetzt und hast die, äh, du guckst NBA und du hast die Jordan-Zeit verpasst und guckst LeBron und erzählst nur was von LeBron. Weißt du, das ist das einfach, sorry, wenn du Jordan verpasst hast, dann ist das dein Versäumnis. Aber, genau, wann kommt da jetzt? Nicht das Versäumnis von Jordan. Wann kommt die einzig wahre Liste, ist die Frage. Es ist halt einfach, wenn ich da sehe, casual. Sorry. Also gut. Werden wir erst wissen, wenn Andy seine Liste macht. Aber geil, das machen wir dann irgendwann. Anderes Thema jetzt. Ja. Anderes Thema. Hast du gerade gesagt, dass du Jordan bist? Nein, so habe ich es nicht gemeint, aber, naja. Mindestens Pippen. So. Ähm, so, wir lesen mal weiter. Ich habe gerade mal zwei Sätze vom allerersten Comment geschafft. Okay. Ich denke da die legendären Let's Plays von dir mit Denzel oder Nils und Simon Florentin und blablabla, um nur einige zu nennen. Ja, also wie gesagt, einige davon gibt es auch immer noch. Und, ähm, da könnte man dann vielleicht anmerken, dass es die noch mehr geben sollte oder häufiger geben sollte. Ja, das, äh, kann man machen. Aber ich meine, es gab 140 Teile mit Nils und Florentin, glaube ich, zu Dark Souls 3 und da war die Senderumstellung schon. Ähm, ich habe neulich mit Dennis hier auch im Stream gezockt. Das könnte natürlich noch häufiger passieren. Ähm, aber es gibt immer wieder auf Rocket Beans Let's Play, ähm, gibt es auch Doppel-Let's Plays, Vierfach-Let's Plays, also wir können ja einfach mal gucken. Ähm, ich will das nicht zur Seite wischen, so, und sagen, das ist total unberechtigt, weil sicherlich geht da auch noch mehr. Es geht immer noch mehr. Aber, es ist jetzt auch nicht so, dass es das gar nicht mehr gibt. Hier haben wir, ähm, hier haben wir Doppel-Let's Play, hier haben wir Doppel-Let's Play, okay, das ist jetzt sehr stefnastig, hier ist zum Beispiel, äh, Colin und ich. Hier macht Brudi sogar was, habe ich noch gar nicht mitgekriegt, Fabian und Gregor, Rogi und Colin, hier sind Walle und Jen, ähm, hier macht Matze was, hier mache ich mit, ähm, mit John was, hier ist Colin, die ganzen Colin- und Janina-Dinger, so, ähm, ja, aber da geht noch mehr und da geht vielleicht auch noch mehr in alten Konstellationen, hier haben wir Simon und Gregor. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt hier alles nur aus den, das sind alles Let's Plays aus den letzten vier Wochen, so. Ich will damit nur sagen, es ist nicht so, dass das nicht mehr gibt, ja. Es sind andere, ein bisschen andere Konstellationen, das hängt halt eben dann auch mit der Verfügbarkeit der Leuten ab, mit dem Interesse der Leuten und so weiter, da muss man halt viel unter einen Hut bringen, ähm, so, so, Simon hat jetzt aber auch schon signalisiert, dass er häufiger wieder in Hamburg ist, also ich denke, da wird in Zukunft auch wieder auf dem Let's Play-Kanal mehr mit Simon passieren, das war jetzt eine Zeit lang nicht so, da, auch aus anderen Gründen, die ihr kennt, so, und, ähm, ich will damit nur sagen, es ist nicht so, dass wir das gar nicht mehr machen. so, so, kurz Augen reiben, so, die Dynamik, die sich dadurch im gesamten Team entwickelt, zum Beispiel die Einspieler aus der Regie, das legende, Edmund Denzel, das war einfach etwas anderes. Da spürte man Herz und Seele der Rocket Beans, ich hoffe, ich habe das, wie ich empfinde, einigermaßen wahrscheinlich rüberbringen können, ja. Also erstmal vielen Dank für diesen Kommentar, weil der war, äh, konstruktiv, der war sachlich, da gehe ich dann auch gerne drauf ein, das wirkt dann für mich nicht wie einfach so ein zynisch hingerotzter Kommentar, sondern da hat sich jemand wirklich auch Gedanken gemacht und, ähm, finde ich erstmal generell vollkommen in Ordnung, auch wenn das dann Kritik ist oder wenn da einer sagt, das gefällt mir nicht oder das hat mir früher besser gefallen, vollkommen, äh, legitim, ähm, ja. So, wir lesen mal weiter. Hier schreibt Lyko301 Ich habe anfangs echt versucht, mich anzufreunden, ähm, mit den Einzelstreams von dir und Simon zum Beispiel, aber letztendlich muss ich sagen, dass dieser Schritt von euch für mich das Interesse gekillt hat. Keine Moin Moin mehr, Moin Moins mehr, kein Beanstag mehr. Ich kriege auch dadurch gar nicht mehr mit, was bei euch abgeht und verliere euch immer mehr aus dem Auge. Nur noch Speed Rondale ist ab und zu interessant. So, also da muss ich natürlich, am Beanstag habe ich jetzt schon gesagt, keine Moin Moins mehr. Das ist natürlich auch mit, glaube ich, das meistgenannte Format, was die Leute vermissen, was echt kurios ist. Ich habe das auch schon häufiger gesagt, weil die Moin Moins waren mit das Format, als der Sender noch lief, das am meisten abgekackt hat. Ähm, einfach von den Zahlen her. Wir haben es ja dann erst mal nicht mehr live produziert, weil wir festgestellt haben, Live-Zuschauer waren zwei Prozent von den Gesamtzuschauern. Ähm, und, ähm, so, dass wir gesagt haben, okay, das bringt jetzt nichts, ähm, da um zehn Uhr morgens schon die gesamte Crew antanzen zu lassen für ein 45-minütiges Format, das aber nur ein paar hundert Leute gucken, aber, ähm, weiß ich nicht, 50.000, 30.000 gucken es on VOD. So, dass wir gesagt haben, dann können wir es auch, dann können wir es einfach als VOD produzieren, weil das eh die meisten so gucken und können dadurch aber den Produktionsplan total anders anpassen. Weil was man nicht vergessen darf, wenn wir bei Rocket Beans produzieren, also nicht die Einzelstreams produzieren, sprich mit Regie, Ton, Kamera, dies, das, Beleuchtung, da hängen natürlich dann auch Leute hinten dran und für die ist das natürlich auch krass. Und zu dem Zeitpunkt war es zum Beispiel so, in der Prime, sag ich mal, in der Rocket Beans Prime war es dann so, wir haben morgens um 10.30 Uhr angefangen mit Kino Plus, hatten aber teilweise bis 11 Uhr abends oder noch länger auch Programm. Weil dann abends irgendwie, ähm, ne, ne Live-Strecke war. Übrigens, Nikola, falls du irgendeinen interessanten Comment siehst oder so, pin den gern mal an, weil der Chat rauscht hier so schnell durch, dass ich das teilweise dann nicht mehr alles, äh, noch hochscrollen und nach, nochmal gucken kann. Ähm, so, das bedeutet für die Crew, rein arbeitsrechtlich, rein arbeitsrechtlich können die nicht von morgens um 10 bis abends um 11 Uhr arbeiten. Dürfen die nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass die das nicht wollen und auch nicht können, weil das anstrengend ist und du willst vielleicht auch nochmal außerhalb dieser vier Regiewende irgendwas vom Leben sehen. Was bedeutet, dass wir brauchten mindestens ne Doppelbesetzung der, ähm, der Technik und der Regie. So, da kommt dann nämlich, da kommt eins zum anderen. Wenn die Leute fragen, ja, warum habt ihr so viele Leute? Ja, klar, weil du brauchst zwei, mindestens zwei Bildmischer. Du brauchst mindestens zwei Ablaufregisseure, du brauchst mindestens zwei Aufnahmeleiter, du brauchst mindestens zwei Tonleute. Weil was ist, wenn der Bild, wenn, wenn, wenn Paul verletzt oder krank ist, dann würde, wenn du nur einen Paul hast und sonst niemand das kann, ja, dann würde es keine Sendung mehr geben, wenn Paul mal krank ist oder im Urlaub ist, ne, ist logisch. So, das heißt, du bist selbst bei Doppelbesetzung immer noch auf Kante genäht, weil dann kann es eben trotzdem passieren, dass einer im Urlaub ist und ein anderer gleichzeitig krank ist oder einer ist im Urlaub oder krank und du hast eine elf oder zwölf Stunden Schicht. Lange Rede, kurzer Sinn, also solche Produktions Abläufe oder solche produktionstechnischen Sachen sorgen auch manchmal für gewisse Entscheidungen, die nicht vielleicht für jeden dann immer gleich ersichtlich oder nachvollziehbar sind, aber das kann dann schon mal bedeuten, dass man sagt, okay, wir wägen ab, wir produzieren moin moin nicht mehr live und dafür können wir uns die Morgenproduktionscrew sparen und das macht nach hinten raus aber kaum Unterschied, weil sowieso 98% der Leute moin moin nicht live gucken. Das sind dann solche Gedanken. So, dann war es bei moin moin so, auch hier war es so, dass ein Simon durch seinen Move nach Berlin und ein Budi durch seinen Nichtmehronair stattfinden, einfach zwei wichtige Faktoren weggegangen sind. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, glaube ich, fünf Tage die Woche moin moin, wenn ich mich recht erinnere, was natürlich zum einen auch ein anstrengender Slot ist, es ist der erste Slot, morgens um 10.30 Uhr live, 45 Minuten, einfach mal so in die Kamera entertainen, was dann immer so einfach aussieht, ist, jeder, der im Showbiz arbeitet oder vor der Kamera ist, ist nicht immer so einfach, weil man will ja dann auch was Gutes abliefern, in der Regel. Gerade die Leute, die dann das noch nicht so lange gemacht haben oder da erst neu dabei waren, für die war das auch oft immer mit Druck verbunden. Erst recht, wenn dann am nächsten Tag die Zahlen kommen und dann hat einer irgendwie 40.000 Klicks gehabt, der andere hatte 10.000, dann denkst du dir natürlich, ja, kein Schwein interessiert sich für das, was ich mache. Das schlägt dann auch auf Selbstbewusstsein, das heißt, du gehst nicht unbedingt selbstbewusster in die nächste Moin-Moin-Folge oder aber es sorgt sogar dafür, dass du sagst, naja, komm, Moin-Moin, überlasse ich lieber, überlasse ich anderen. So, das ist offensichtlich nicht so, wo die Leute mich gerne sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch das führt dann dazu, dass dort Veränderungen passieren. Generell muss man sagen, dass die Moin-Moin-Zahlen stark abgenommen haben, auch bei mir, auch bei Florentin, auch bei anderen, wo es immer hieß, das sind die beliebten Moin-Moinze und ja, war auch einfach dann aus Produktionssicht, war es auch ein anstrengendes Format. Ich finde aber auch, dass Moin-Moin irgendwie ein bisschen fehlt, so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann zurückkommt. Es ist halt natürlich die Frage, wie man es macht. Irgendwie war Moin-Moin das perfekte Format für den Sender damals. Irgendwie morgens erst mal sozusagen die Tür aufschließen, alle Leute reinholen, sagen so, wir sind jetzt da, hier ist jetzt Programm, herzlich willkommen, bisschen Smalltalk, bisschen halt so belanglos in den Tag starten. Es hat zum Sender sehr gut gepasst. Ohne den Sender hat es irgendwie so ein bisschen an Relevanz verloren und hat sich einfach so auch intern so ein bisschen ausgesendet. Aber ich finde, man kann durchaus drüber mal nachdenken, ob man nicht in irgendeiner Form Moin-Moin wieder zurückbringt. Mir persönlich hat es eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, besonders auch dann die Outdoor-Moin-Moin-Moin mit Florentin, habe ich auch schon oft gesagt. Das ist echt ein Highlight immer gewesen für mich. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Moin-Moin saß jemand alleine vor der Kamera und hat gelabert. Was mache ich gerade? Ist ein guter Kommentar aus dem Chat. Ja, von Pippi, der schreibt Moin-Moin ist ja eigentlich auch nur Stellvertreter für das Verlangen nach gewissen Persönlichkeiten, die mit ihrer ganz eigenen Dynamik coolen Labber-Content erstellen. Ich glaube, das war es ja am Ende. Genau das war ja Moin-Moin, dass jemand ins Set kommt unvorbereitet, einfach mal loslegt. Ja, aber das ist ja nicht so weit weg von den Einzelstreams dann wieder. Genau, exakt, das ist so ein bisschen das Thema vielleicht. Also, es ist anders gebrandet, ja, aber theoretisch hast du jetzt mehr Moin-Moin als vorher. Und wie gesagt, live war es halt auch schon lange nicht mehr, bevor wir es umgestellt haben, oder? Die Einzelstreams sind aber nicht am Morgen, ja, aber Moin-Moin war ja irgendwann auch nicht mehr am Morgen. Also geht es jetzt eher darum, dass morgens irgendwas passiert. Vielleicht ist das auch so ein Thema, dass es zu einer gewissen Uhrzeit war, okay, zehn Uhr dreißig ist jetzt dieses eine Content-Peace, das hat man natürlich im Stream jetzt nicht so. Das hat einen anderen Vibe, ja. Irgendwie morgens um zehn Uhr dreißig, ich verstehe das schon, da ist irgendwas. Wenn man morgens live um zehn Uhr dreißig, egal was es ist, dann ist man gemeinsam auch mit dem Publikum morgens um zehn Uhr dreißig da. Alle sind ja dann morgens irgendwie da, also auch wenn es nicht alle live geguckt haben, aber vom Feeling her. Ja. Also kann ich nach wie, kann ich irgendwie nach wie vor verstehen, ich mein, ich hab Moin-Moin damals aus der Taufe gehoben, sag mal aus der Taufe gehoben, glücklich das? Ich wollte nicht erfunden sagen, weil das immer so großkotzig klingt, aber es ist so. Und mir hat Moin-Moin immer sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich auch mich als Moderator nochmal weiterentwickelt, weil es einfach nochmal was anderes ist, wenn du 45 Minuten Solo-Programm machst jeden Morgen oder einmal die Woche oder wie auch oft auch immer es dann eben war. Aber Moin-Moin ist ein Format, das ich total nachvollziehen kann, dass es vermisst wird und muss man mal gucken, ob man das irgendwie hinkriegt. Ob da wieder was kann, ich kann ja jetzt nichts versprechen, aber. Ich glaub, ich hab's da vorhin auch schon ein paar Mal gelesen, dass die meisten halt es zu ihrer Studentenzeit geschaut haben, wo sie halt noch um diese Zeit zuschauen gucken. Jetzt ist es halt ein bisschen auch anders, dass die meisten Leute dann nicht mehr um die Zeit können. Aber es war halt trotzdem 95 Prozent oder weiß ich nicht, 98 Prozent haben's ja nicht live geguckt. Die Zahlen haben wir. Das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach auch ein sehr subjektives Gefühl. Ja. Okay, ich lese mal hier weiter den Kommentar vor. Keine Moin Moins mehr, kein Beanstag mehr. Ich krieg auch dadurch gar nicht mehr mit, was bei euch abgeht und verliere euch immer mehr aus dem Auge. Noch Speedrun, da alle ab und zu sind. Okay, das ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Also, wenn's ein Format oder zwei Formate nicht mehr gibt, dass man dann sagt, ich verliere euch aus dem Auge, das kann ich natürlich jetzt nicht so richtig als Kritikpunkt ernst nehmen. Es gibt immer noch unsere Rocket Beans Seite, da findet man eigentlich auch alles und unsere YouTube Channels, die voll sind mit Content und wenn da nichts dabei ist, was einen interessiert, okay, das ist natürlich dann Pech oder ist dann halt so, aber, ja, das ist schon auch so ein bisschen selbstverschuldet. Ich gönne euch natürlich eure Streams und dass ihr dadurch alles besser unter einen Hut bekommt und generell wünsche ich euch nur das Beste, aber Rocket Beans, so wie es mal war, gibt es leider nicht mehr und das ist schade. Ja, das ist, glaube ich, dieser letzte Satz ist, glaube ich, sehr entscheidend. Rocket Beans, so wie es mal war, gibt es leider nicht mehr und das ist wahr. Ja, da kann man nicht dran rütteln. Rocket Beans von 2015 ist nicht mehr Rocket Beans von 2024. Das ist so. Da würde ich auch niemals widersprechen. Ich habe versucht zu erklären, warum viele Veränderungen stattgefunden haben, aber, und das ist ein großes Aber, es gibt auch noch ganz viel von Rocket Beans, wie es früher war. Also, wenn ich mal dran denke, was die großen Formate auch schon früher waren, ob das ein Bundesliga war, gibt es. Mittlerweile expandiert und macht mehr Content als früher. Kino Plus macht mehr Content als früher. Es gibt immer noch Almost Playly, was jetzt halt Du bist heißt. Es gibt Almost Daily. Es gibt nicht mehr Bonjour, dafür gibt es jetzt Beans Home. Es gibt die Let's Plays, habe ich vorhin schon auf der Let's Play Seite gezeigt. Wir machen regelmäßig eventiges Rocket Beans Programm, wie wir es früher schon gemacht haben. Ob das ein Beans Versus ist oder ob das na, wie heißt es? Hier, ich gucke mal selber nicht mehr auf die ganzen Namen. Hier, Filmfights, alles mögliche Fights, Du bist, Nerds unheards, Pen and Paper, Kneipenquiz, was gibt es noch? Es gibt immer noch pfiffige Ziffern, flickste Klicks. Also, es gibt so viele Sachen, die wir immer noch machen, zusätzlich zu dem ganzen Gaming-Content, ja, von Game Talk angefangen, über Game Fights bis hin zu Let's Plays und so weiter. Jugendzimmer, es gab Beef Junior, ähm, also, es gibt immer noch unfassbar vielen Content, den es auch in der einen oder anderen Form früher gab. Es gibt natürlich auch neue Formate, Löffermesser, Gäbel zum Beispiel, ähm, dazu auch häufiger Events. Ich muss, also, ich verstehe, wenn man es blöd findet, dass es nicht mehr so ist wie früher, aber ich muss mich trotzdem auch dagegen wehren, wenn das heißt, da ist nichts mehr oder da, das gibt's nicht mehr oder so, weil es gibt einfach immer noch, es gibt einfach immer noch super viel. Früher war alles chaotisch, jetzt ist alles so clean, also, ich hab das Gefühl, es ist immer noch teilweise sehr chaotisch und, ähm, ja, früher wurde uns dann, wenn's zu chaotisch war, hieß es, ihr seid unprofessionell, wenn's professionell war, hieß es, ihr seid zu clean. Ja, also, ist auch schwierig, da immer den Sweet Spot zu finden. ähm, ähm, ja, also, ich glaube, es gibt nach wie vor immer noch sehr, sehr guten Content, den Rocket Beans macht, äh, und finde es einfach schade, wenn man dann sagt, ja, ich krieg nix mehr mit oder so, ähm, ja, weiß ich nicht. Guter Chatkommentar. Tino Hahn, wie auf dem Straßenstrich. Ja, Tino, was ist das für ein Kommentar? Was willst du mir jetzt damit sagen? Du schreibst das jedes Mal, wie auf dem Straßenstrich, zu jedem Thema, ich rufe Tino Hahn an und frage, wie geht's, wie auf dem Straßenstrich. Es ist mittlerweile schon so ein Tino Hahn-Spruch. Es gibt einen Grund, warum Daniel dich nicht mehr zu Kino Plus einlädt. Das ist Quatsch. Ich wollte einfach nur ein Gerücht in die Welt setzen. Die Leute jetzt gleich so, habt ihr gehört, Daniel lädt Tino Hahn nicht mehr in Kino Plus einlädt. Aber schön, dass du im Chat bist. Ich bin am 7.10. da. Komm doch auch. Ja, was ist das wieder? Wir reden über Filme. Ach so, nee, dann nicht. Filme. Okay, ich mach mal weiter mit den Kommentaren. Von Kalle Jongs, nee, Kalle, Kalle, Kalle Hon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hey Eddie, mir fehlt das RBTV-Feeling nicht, weil es keinen Live-Sender mehr gibt, sondern der Content nicht mehr so häufig euch in Interaktionen miteinander und anderen zeigt. Und wenn ich jetzt sehe, dass du mit Nils und oder Simon was zusammenzockst, dann bekomme ich immer nur eine Perspektive zu sehen. Also muss ich mich entscheiden, weil ich deinen Stream, entscheiden will ich deinen Stream sehen oder auch mal in den von jemand anderem reinschauen. Ich schaue mir das meiste, als wie Odeon kann, also nicht live zwischen den Streams skippen. Glaube, vielen fehlt der Mehrwert, den die Regie geleistet hat durch das Schalten auf die einzelnen Akteure und den Screen. Neben Almost Daily, was ich in seiner aktuellen Form liebe, gibt es vielleicht auch subjektiv weniger Formate, in denen miteinander interagiert wird. Und deswegen freue ich mich unglaublich über RBTV Home. Also zum Thema hin- und herschalten kann ich vielleicht was erzählen, weil wir das ja bei Portal ausprobiert haben, was ein absurd riesiger Aufwand war, zwischen den Perspektiven hin- und herzuschalten. Bei Portal war es halt auch ein Mehrwert, weil man dann zwei Perspektiven gesehen hat, gemerkt hat, Person A guckt sich das von der Seite an, Person B sieht vielleicht die Situation da was. Das ist schon sehr wertvoll, aber auch verdammt auffällig. Und wenn das halt das schlichte, ja, Zahlen am Ende hat, ist es halt auch die Frage, ob sich das entsprechend auch lohnt, das durchzuziehen. Bei Sachen wie FIFA zum Beispiel kann man das machen, dass wir, machen wir auch jedes Mal, dass wir eure beiden Claims an Screen-Stremen setzen. Na gut, ich glaube gerade bei FIFA ist es egal, weil da ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Aber da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir euch beide quasi gleichzeitig in den Screen setzen können. Oder auch beim B-React wird es wahrscheinlich genauso sein, dass man eure Claims beide gleichzeitig sieht. Und dann braucht man auch nicht hin- und herschalten. Aber jetzt im Live-LP, gut, dafür machen wir jetzt wenig. Ich glaube, es geht auch hier, es geht eben auch eher darum, dass das halt ein Vorteil auch von Rocket Beans, vom Sender oder von der Produktionsweise bei Rocket Beans war, weil da hast du halt die Regie, die hin- und herswitcht. Und das kann ich auch verstehen. Natürlich sind Let's Plays bei Rocket Beans oder alles, was dann da mit einer Regie produziert wird, einfach noch ein Stück weit besser. als das Home-Setup, wenn man da alleine sitzt. Das hat da für mich vielleicht einen Vorteil, weil es für mich angenehmer ist und ich es einfach irgendwie komplett selbst managen kann. Aber für den Zuschauer ist es nicht unbedingt ein Mehrwert. Das kann ich schon nachvollziehen. Sonst bräuchten wir ja auch nicht eine Regie. Die hat natürlich einen Mehrwert und die hat auch eine Leistung, die man nicht so leicht zu Hause erreicht. Wir haben halt irgendwann für uns gesagt, okay, also Let's Plays, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Irrtum, so wie ich das Feedback mitkriege. Also zum einen gibt es ja immer noch die von der Regie gesteuerten Let's Plays, das habe ich ja auch auf der Let's Play-Seite gezeigt, auch in Doppelmoderation. Zum anderen war bei uns so ein bisschen der Gedanke, dass wir gesagt haben, okay, 2024 oder damals, zu Zeiten der Unschöhnung, wann war das? 20, 22, 21, 20, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein Alleinstellungsmerkmal für Rocket Beans TV, sprich, was, also ein Let's Play zu Hause kann eigentlich jeder machen. Ja, brauchst eine Kamera, brauchst halt einen PC und vielleicht noch ein Greenscreen, brauchst du eigentlich auch nicht, aber vielleicht so, und dann kann jeder das zu Hause machen. Aber was kann nur Rocket Beans? Und da haben wir halt gesagt, okay, Rocket Beans hat halt dieses Know-how und auch die Technik, um ja ein bisschen aufwendigere Sachen zu machen. Also mehr in den entertainigen Showing-Bereich, während das ganze Let's Play und Zock-Gedönse kannst du eigentlich ein bisschen mehr auslagern. Das war so ein bisschen die Idee, weil so ein Beans Home kannst du natürlich nicht einfach zu Hause machen, aber jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendein Game zocken, ist natürlich relativ einfach, von zu Hause zu machen. Auch da sind natürlich wirtschaftliche Gründe mit eingeflossen, persönliche Gründe, aber eben auch einfach so, dass man überlegt hat, okay, wir müssen auch ein bisschen mit der Zeit gehen und, oh, gerade wurde ich AfD gebombt oder was? Ja, ich noch jetzt, bitte. Zu spät. Ja, und ich bin mir sicher, die Aktion hat richtig viele Wähler gewonnen gerade. Verstimmt. Ja. Ja, also es sind auf jeden Fall verschiedene Gründe, wie immer. und, ähm, ja, aber es gibt, wie gesagt, dieses Feeling nach wie vor bei Rocket Beans. Es könnte vielleicht noch mehr sein, da muss man gucken, ob das wirtschaftlich Sinn macht. Aber ja, ich verstehe natürlich, dass dieses, dass ein Let's Play bei Rocket Beans noch mal einen anderen Wert hat, als ein, äh, als ein Let's Play. Wobei viele Let's Plays, die wir zum Beispiel im Hangy produzieren, mittlerweile auch gar nicht mehr von der Regie gesteuert werden. Wie gesagt, Regie ist teuer. Alles, was wir mit der Regie machen, braucht viel Personal und muss sich auch wirklich dann lohnen. Und deshalb ist der erste Gedanke erst mal hingegangen zu, ähm, Formaten, die, äh, eine Regie auch noch mehr rechtfertigen. Und, ähm, ja, auch wirtschaftlich sinnvoller sind als ein Let's Play. Äh, wir gehen weiter in die Comments. Seit jeder nur noch einzeln vor seinem Greenscreen streamt, schaue ich gar nichts mehr. Hab mich komplett vom Sender entfremdet und weiß deswegen auch nicht mehr, wann Events stattfinden, die mich interessieren. 127 Likes, by the way. Ja. Das ist, ähm, echt schade, aber auch nicht, nicht, kein Einzelfall. Das ist kein Einzelfall. Ähm, ich find's in der Konsequenz ein bisschen krass, zu sagen, okay, jetzt streamt ihr einzeln, jetzt interessiert mich gar nichts mehr. Also, das ist so von 0 auf 100. Ähm, find ich ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, ähm, es ist ja nicht so, dass wir den, dass, dass wir Rocket Beans eingestellt haben. Wir produzieren ja immer noch Kram und es sind immer noch die Leute involviert, ähm, größtenteils, die ihr kennt. Ähm, es erscheint mir so sehr extrem zu sagen, okay, nur weil ihr jetzt, also normalerweise würden wir, hätten wir so produziert und dann wäre ich nach Hause gegangen, hätte halt nicht mehr gestreamt. Dann hättet ihr mich halt gar nicht gesehen oder hätte ich halt gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum, dadurch, dass ich jetzt dann abends sage, oh, ich hab Bock noch ein bisschen was zu zocken, mach ich halt die Kamera dabei an, warum das dafür sorgt, dass man komplett alles andere dann nicht mehr irgendwie sehen will. Ich finde da die, sorry, ja, sag. Rocket Beans TV hat ja die wunderbare Mediathek, die richtig geil programmiert ist, da kann man auch die ganzen YouTube-Inhalte schön aufgelistet, äh, sehen und auch was Rocket Beans produziert, ich finde das eine richtig tolle Sache, da kann man sich da quasi die Staffel Fallwirt 4 zum Beispiel mal anschauen oder sowas Altes oder auch mal neue Sachen, aber das nutze ich recht gerne, diese Mediathek, um einfach mal auf Inhalte zuzugreifen, um einen Überblick zu bekommen, was aktuell so innerhalb RPTVs produziert wurde, auch was die Talents produzieren, das wird viel zu wenig genutzt, finde ich, obwohl das ein richtig coole, cooles Angebot ist. Das sagst du nur, weil du es selber programmiert hast. Ne, ich hab es nicht programmiert, aber ich hab es sehr gerne genutzt bisher und der Sendeplan ist natürlich auch sehr gut. Nein, weil der lädt nicht bei mir. Kann es sein, dass mein Internet weg ist? Hier ist auch, hier beim Aktivitäten ist auch weg. Ja, aber der Chat liest sich noch, der Stream läuft noch, alles gut. Aber warum lädt Rocket Beans TV nicht? Ich hab Angst, dass ich gleich weg bin. Bist du noch da? Sag was. Ja, alles gut. Bist du noch da? Okay, Rocket Beans.TV geht dann gerade nicht, dann liegt es an der Seite. Ja, andere Seite geht es. Echt? Okay, vielleicht kann man was bei dir los ist gerade. Ja, hier, guck, geht nicht. Geht nicht. Oh ja, letzter lange. Vielleicht. Andere Seiten, Kicker, geht. Das kann ja auch an Cloudflare liegen oder sowas. An was? Cloudflare, das ist unser Schutz, dass die Seite nicht gedetet wird zum Beispiel. Cloudflare. Und vielleicht bist du da irgendwie auf einer Blacklist gelandet. Oh, jetzt hab ich die, jetzt hab ich die Seite mit den Kommentaren weggemacht. Geht bei allen anderen so, von daher. Muss an dir liegen. Es geht nur bei mir, nur ich komm nicht auf meine eigene, genau. Firmenseite, gut, dann ist ja nichts. Guck mal, und der Aktivitätsfeed geht auch wieder, Dragon Lee hat gerade, Anja mag mehr, ein dreimonatiges Stufe 1 Abo geschenkt. Sehr schön. So, warte mal, ich geh hier, ähm, wieder in die Comments rein. Also, aber es stimmt natürlich, was Nicola gesagt hat, dass die Rocket Beans Seite da, äh, sehr viele Möglichkeiten bietet. Ähm, ja. Also, ich weiß, es ist natürlich blöd, man kann die Leute ja schlecht überreden, etwas zu mögen. Äh, das klappt ja meistens nicht. Ich kann einfach nur empfehlen, ähm, trotzdem mal dazu gucken, ob, ob das wirklich so krass ist, ähm, wie das subjektive Empfinden manchmal, ähm, ja, das ist aber tatsächlich auch früher schon ein Problem gewesen, diese Kommunikation nach außen, wenn irgendwie ein Event ansteht, dann versucht halt alle Leute zu erreichen, über Twitter, über YouTube, über, alle anderen Kanäle, und trotzdem kriegt man nicht alle. Das Problem haben wir jetzt halt nochmal verstärkt, aber früher war das auch schon ein großes Problem. Dass man einfach gemerkt hat, oh, es gibt ja übrigens dieses Pen & Paper, das lese ich dann immer in den Kommentaren, oh, dieses Pen & Paper existiert überhaupt? Wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich das nicht. Ich treffe manchmal Leute, die sagen, oh, krass, ich hab dich immer bei Giga geguckt, ich wusste gar nicht, dass du noch was machst, so die letzten 15 Jahre einfach. Ähm, aber, ich glaube halt auch, ähm, was halt so immer, und das ist ja schon immer so ein, ich will nicht sagen ein Problem, ich würde es eher Herausforderung nennen, bei Rocket Beans ist, dass wir so ein Hybrid sind, aus Fernsehen und YouTube und Internet und Twitch und irgendwie so allem, ne? Deshalb kann man das natürlich immer so interpretieren, wie man es gerade will. Wenn man uns mit dem Fernsehen vergleicht, kann man immer sagen, ja, okay, aber da kommen sie nicht ans Fernsehen, von dem Production Value. Und wenn du uns mit Streaming vergleichst oder so, kannst du immer sagen, ja, warum produzieren die auch so teuer und mit so vielen Leuten? Also, du kannst es immer so auslegen, dass es am Ende negativ für uns ist. Und vielleicht ist es auch das Problem, dass wir nicht eindeutig definierbar eine Sache sind. Ähm, aber, ja, also, ja, wenn ich jetzt mal überlege, so, nehmen wir mal die Fernsehperspektive und nehmen wir mal jetzt irgendwelche klassischen Moderatoren aus dem Fernsehen oder aus, ähm, oder Sendungen, dann wird man natürlich schnell feststellen, dass es wenig Leute gibt im Fernsehen, die täglich was machen. Außer jetzt vielleicht Tagesschau oder mit Abstand vielleicht noch ein bisschen Morgenmagazin oder sowas. aber wenn jetzt ein Glashäufer-Umlauf, sage ich jetzt mal, einmal die Woche seine Late-Night-Show macht, die eine Stunde geht und vielleicht dann nochmal alle zwei Wochen ein Event-Format auf ProSieben, äh, dann kommt er auf seine, weiß ich nicht, drei, vier Stunden On-Air-Time pro Woche maximal. maximal. So. Ähm, das ist natürlich bei Rocket Beans anders. Äh, ich habe alleine, weiß ich nicht, fünf, sechs Formate auf Rocket Beans, dann noch meine eigenen Streams und so weiter. Das ist natürlich super viel Content, einfach. Und den Anspruch dann auch zu haben, zu sagen, ich will alles von denen mitkriegen oder alles sehen, das ist natürlich auch aus heutiger Sicht nicht mehr realistisch. Niemand würde ja behaupten, ich gucke alles, was ProSieben macht. Jede Folge. Ich gucke alle Tuff-Folgen, danach gucke ich alle, ich weiß gar nicht, was auf ProSieben läuft. Ja, keine Ahnung. Big Bang Theory-Folgen, dann gucke ich alles das. Das ist ja unrealistisch. Also, da müssen wir uns manchmal auch an einem Anspruch messen, wo ich das Gefühl habe, da verwischt das so ein bisschen, weil wir halt ein Hybrid sind aus TV und Internet, weil beim Internet ist es natürlich was anderes. Die meisten Streamer oder Streamerinnen, die haben eher ihre Communities und die verfolgen dann in der Regel auch fast alles, was man macht. Also, es gibt dann Leute, die konsumieren alles von Bonjoa oder alles von Handoffblatt. und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise als dieses Hybrid-Modell. Das ist ja eigentlich auch zu viel Content und dann ist es natürlich auch hinderlich, wenn dann Nils streamt, wenn ich streame, Simon streamt, dann hast du ja plötzlich dreimal Stream-Content plus noch die Rocket Beans-Sachen und dann kommst du natürlich leicht zu dem Ergebnis und kannst sagen, das kann ja keiner mehr alles mehr gucken und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass man dann sagt, naja gut, ich kann es eh nicht mehr verfolgen, da bleibe ich lieber irgendwo bei einer Insel oder einem Thema oder so, da kenne ich mich aus, das reicht mir als Unterhaltung und die anderen gucke ich dann einfach nicht mehr. Und da ist, glaube ich, halt so ein bisschen der Faktor, dass es halt so ein Hybrid ist zwischen Einzel-Streaming, wo man fast alles eigentlich immer guckt und, ja, Show-Formate, wo man eigentlich ganz klar sich Sachen rauspickt, die man guckt. Ein System wie bei Bonjoa hätte ich persönlich auch besser gefunden. Naja, wir haben das ja gemacht, so. Also ich will ja jetzt auch hier nicht Bonjoa-dissen oder so, aber, ähm, ich behaupte mal, Bonjoa würde es so nicht geben ohne uns heute. Ähm, das war ja, ganz klar auch von deren Seite aus waren wir ja so ein bisschen auch die, wo sie sich Sachen abgeguckt haben. Wir haben ja am Anfang auch sehr viel mit Bonjoa zusammen gemacht, da haben die noch Starcraft-Schule gemacht. Und, ähm, das ist einfach, dass sich dann die Business-Modelle anders entwickelt haben oder dass sich das dann einfach anders, ähm, ja, entwickelt hat, das liegt dann einfach auch in der, in der, ähm, in der Natur der Sache habe ich ja jetzt auch schon 80.000 Gründe, ähm, gegeben. Und, ähm, da hängt, da hängt so viel zusammen, das kannst du halt leicht nicht mehr, also das kannst du nicht mehr so leicht miteinander vergleichen, weil Bonjoa ist im Prinzip auf einer sehr überschaubaren Größe geblieben. Ich würde es ungefähr so vergleichen wie mit der Anfangszeit von Rocket Beans TV, wenn nicht sogar noch kleiner, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da im Hintergrund mit Technik, Schnitt und so weiter insgesamt bei Bonjoa sind, aber, ähm, es sind natürlich deutlich weniger als bei uns und wir sind halt immer mehr zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu so einem richtigen Medienunternehmen geworden und nicht mehr nur diese Content-Familie und, ähm, ich sag mal so, ich glaube, wirtschaftlich, finanziell wäre es für Simon, Budi, Nils und mich auf jeden Fall besser gewesen, wenn wir, wenn wir sozusagen so Bonjoa-mäßig zusammengeblieben werden und nur um uns rum ein paar Leute gehabt hätten, die, ähm, das alles realisieren, was wir mehr oder weniger machen. War aber auch halt einfach eine andere Zeit und habe ich jetzt auch schon 80.000 Mal, ähm, erklärt, wie alles kam und wie sich die Sachen entwickelt haben und so weiter, ich würde jetzt zu weit, ähm, abdriften, ähm, aber, ähm, wir haben, wir haben halt anders investiert, die Kohle und wir sind andere Wege gegangen und ich glaube, da ist aber halt auch, dass der Unterschied ist zum Beispiel auch, dass ein Bonjoa zum Beispiel und das kannst du auch stellvertretend für andere nehmen, kannst du auch die Pete's Meets nehmen oder die Freud's oder wen auch immer, da war von Anfang an halt auch ganz klar irgendwie, das ist Streaming-Content oder von mir aus YouTube-Content und, ähm, bei uns, wir kamen halt durch Giga und MTV kamen wir halt schon immer auch aus dieser Fernsehecke und ich habe das ja auch schon oft gesagt und das hat uns das Leben nicht unbedingt leichter gemacht, weil einerseits hatten wir immer so einen leichten TV-Approach an die Formate, der es teurer gemacht hat und in der Entwicklung aufwendiger, der aber auf Streaming-Basis nicht unbedingt wirtschaftlich einen unfassbaren Mehrwert hatte. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Let's Plays. Für Let's Plays brauchst du halt nicht ein Apparat von zehn Leuten, ähm, nur wenn du Let's Plays machst oder so und durch diese, durch diese hybridige Art und Weise wie Rocket Beans produziert, war es halt immer so zu teuer für nur Streaming, zu low Budget für TV und irgendwie hast du nie so richtig bei einem durchgestartet, war es auch nie so richtig hundertprozentig akzeptiert bei der einen oder bei der anderen Welt. Über die TV-Welt habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen, da waren wir halt die komischen Nerds mit ihren komischen Games und, äh, keine Ahnung, ich sage nur, Deutscher Fernsehpreis, wo keiner wusste, wer wir sind und, äh, sich geärgert haben, dass wir irgendwie was gewonnen haben und dann auch aus dem Beitrag vom ZDF rausgeschnitten wurden, also da hat man ja nie diesen Anschluss gekriegt, äh, zu, oder die Connections oder was auch immer zur Fernsehwelt, wahrscheinlich auch selbst verschuldet, weil wir da auch zu wenig dann Klinken geputzt haben oder uns auch zu wenig drum gekümmert haben oder whatever und umgekehrt in der Streaming-Welt war es oft so, da, da waren, galten wir so auch als die, die sind wohl was Besseres, weil sie vom Fernsehen kommen oder die, also ich glaube, dass es da viele Leute gab, die uns, ohne uns zu kennen oder mit uns was zu tun hatten, auch sich selber so ein bisschen bedroht gefühlt hatten, als wir so auf YouTube und auf Twitch und weiß ich nicht was gegangen sind, dass die gesagt haben, okay, jetzt kommen die mit ihrem MTV-Fame und wollen hier sich breit machen, was dann ja nicht geklappt hat, aber ich glaube, dass das einige gedacht haben und ich glaube aber auch, dass bei uns ein Umdenken stattgefunden hat, da spreche ich jetzt mal nur von mir, dass diese Arroganz bestimmt auch da war. Also nicht, dass ich jetzt andere nicht gedisst habe oder so, aber ich glaube schon ganz unbewusst, dass man so das Gefühl hatte, dass man irgendwie, naja, die machen ja unprofessionelles YouTube vor der Webcam, ich komme hier vom Fernsehen, so. Ich glaube, dass das unbewusst irgendwo vielleicht da war, dass man am Anfang zumindest, dass das im Weg stand, um vielleicht Allianzen zu schließen oder Netzwerke oder in irgendeiner Form die Hand auszustrecken und ich glaube, das ist so ein beides Ding gewesen, so dass die, du wurdest vielleicht nicht auf die Party eingeladen, aber du wärst vielleicht auch nicht auf die Party gegangen, so. So beides vielleicht. Und ich glaube, in den letzten Jahren, auch übrigens durch die Einzelstreams, ist das viel, viel besser geworden, weil man sich besser kennengelernt hat auf den einen oder anderen Events, wenn man zusammen gestreamt hat oder so und ich glaube, beide Seiten so dann auch gemerkt haben, das sind keine arroganten Fernseharschlöcher und umgekehrt, das sind auch nicht irgendwelche unfähigen Streamer oder so, sondern dass eigentlich die Gemeinsamkeiten überwiegen und eigentlich alle mehr oder weniger das Gleiche machen und ja, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie so ein Gefühl, was ich habe, ohne es jetzt auch empirisch belegen zu können oder einfach so ein spontaner Gedanke, den ich jetzt habe. Aber ich glaube, das ist einfach, weil wir sind darauf gekommen von Bonjoa und Rocket Beans, dass das einfach ein Grund ist, warum wir uns anders entwickelt haben mit Arno, der als Geschäftsführer von Rocket Beans und damals ja Riesen-Buhai die Produktionsfirma gehörte, die Game One produziert hat und Arnos Business war nicht Internet in dem Sinne, oder Gaming. Also klar, durch dann Game One und so, aber Arno ist auch ein klassischer Fernsehmacher, Fernsehproduzent. Du machst ein Format, verkaufst das oder versuchst es zu verkaufen oder zu pitchen an irgendwelche Fernsehsender. So. Und ja, und als wir dann diesen Sender gegründet haben, was ja eine komplette spontane Nummer war, ohne, habe ich ja auch schon 80.000 Mal wieder darüber gesprochen, dass das jetzt nicht irgendwie im Silicon Valley geplant war, als wir dann einen Sender gemacht haben und dann gab es auch diesen Mega-Buzz und alle haben darüber berichtet und so weiter, dann hast du natürlich auch versucht, so ein bisschen wie ein Fernsehsender, zwar low budget, aber trotzdem halt schon auch fernsehmäßig zu produzieren. Einige dieser Aspekte sehen wir heute noch, wenn es irgendwelche Werbepausen bei Rocket Beans gibt, die teilweise gar keinen Sinn mehr machen, weil keine Werbespots laufen. Aber wir hatten damals ja diesen Sender gemacht und hatten dann immer Platz gelassen für Werbespots, weil wir gedacht haben, okay, es wird ein Fernsehsender und irgendwann läuft da Werbung zwischen den Formaten und damit verdienen wir Geld. Dass das dann letztendlich nicht so gekommen ist, steht auf einem anderen Blatt, aber das war ja so ursprünglich schon der Plan von Rocket Beans TV, dass es ein linearer Fernsehsender ist und eben nicht einfach nur Streaming oder YouTube und dadurch haben wir natürlich anderes Personal eingestellt, dadurch haben wir andere Abteilungen entwickelt, dadurch nur mal so ein Beispiel und das ist kein Diss in irgendeine Richtung, aber vergleicht mal bitte auch so die Aufmachung, Grafiken, Bumper, das ganze Sendebild, Webseiten und so weiter, diese ganzen Grafiken, Sounds und so weiter, das ist auf einem ganz anderen Level als jetzt, ich weiß gar nicht, ob Bonjour oder Peetsmeet oder so, sowas haben in der Form, ja, weil das ist natürlich noch aus einer Senderidee entstanden, dass du eine Sender-ID brauchst, ähnlich wie das bei MTV oder Viva war, ja, was ja sozusagen, wo wir herkamen, das heißt, dann brauchst du plötzlich eine Grafikabteilung, ja, dann brauchst du Leute, die Animationen machen können und so weiter, also plötzlich hast du, investierst du dann in andere, Bereiche deiner Firma und dann wächst das Ganze und dann bist du schon nicht mehr an diesem Punkt, wo du mal warst, dass du sagst, wir sind diese familiäre vierköpfige Streaming-Unit, so, ne, also nur mal, um von dieser Bonjour-Geschichte zu erklären, warum sich Sachen halt unterschiedlich dann auch entwickeln, so, und, ähm, das nur mal zur Erklärung, ich bin da drauf gekommen, weil wir so ein Hybrid sind, ähm, ja, und, äh, soll ich schon die Kids da draußen rumdöseln? Egal, dass unsere Channel-Managerin Anja im Chat ist, die kann schon auch ein bisschen was dazu beitragen, ja, Anja mit dem coolen Tattoo, genau, Warum ist das so lauter? Raus! Weißt du, wo der Schwimmring ist? Wo was? Ich weiß nicht, wo der Schwimmring ist. Okay. Wir haben gerade Kinderbesuch. Weißt du, wo der Schwimmring ist? Ähm, Jetzt hab ich einen Fall verloren. Ich hab im Chat gelesen, dass, zu der Aussage, dass wir alles Inhouse-Grafik-mäßig machen, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist im Streaming-Game. Das fand ich einen interessanten Kommentar. Genau, das mein ich ja, dass die Ansprüche an Streaming sind teilweise natürlich ganz andere als an einen Fernsehsender. Und Rocket Beans ist immer so dazwischen. Manche Sachen machen wir so, manche machen wir so. Und das ist ja genau das, was ich auch vorhin meinte mit diesen Einzelstreams, wo wir gesagt haben, ja, okay, für ein Let's Play, äh, da brauch ich jetzt nicht so viel. Ähm, für Rocket Beans den TV-Sender oder die Show, wo dann halt auch ein fetter Sponsor drauf sitzt oder so, muss das dann vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen. Ähm, ja, ich schweife hier auch, ich komm hier immer vom Stöckchen zum Wald? Wie geht das Sprichwort? Vom Stock zum Stöckchen? Egal. So, wir lesen mal weiter. Also, wie gesagt, ich find's ein bisschen schade zu sagen, seit ihr einzeln streamt, krieg ich gar nichts mehr mit. Das tut mir dann einfach auch leid für alle anderen, die bei Rocket Beans immer noch, äh, jeden Tag sich Sachen ausdenken. Und ich, ich entdecke immer noch so viel geilen Scheiß. Ähm, Formate, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Leute, ähm, die ich absolut feier, ein Walle, ne, Johanna und so weiter, die alle, äh, dazugekommen sind. Ähm, das wird den Leuten meiner Meinung nach nicht gerecht. So, hier haben wir, ich vermisse Beanstag sehr, ich finde es schön, wenn ihr zu viert zusammensitzt und was Geiles zockt, hab ich schon, äh, drauf geantwortet. Ähm, dann haben wir hier von ZeusGott06. Ich glaube, was die Leute am jetzigen RBTV etwas vermissen, ist die Kombination Ede, Nils, Simon, Budi. Ich finde es sowieso super, wie viel Content ihr alle rausbringt, aber was ich wirklich toll finden würde, wäre ein Tag in der Woche, wo ihr vier zusammen einfach was zockt. Eine Art Beanstag. Aber jeder von zu Hause aus. Ich glaube, das würden viele sehen wollen und ihr streamt auch sowieso fast täglich, warum dann nicht einmal die Woche zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich, äh, ein total nachvollziehbarer Wunsch und, ähm, ja, also, das größte Problem ist, die Terminkalender, ähm, von uns vieren übereinander zu legen und, äh, da den Sweet Spot zu finden. Ich glaube halt, keiner hat Bock, sag ich ganz ehrlich, sich auf ein festes Datum dann zu committen, weil dazu immer zu viel Action links und rechts passiert, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, dass das häufiger passiert. Bei Budi weiß ich's nicht genau, wie sein Setup zu Hause ist, aber, ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht irgendwas versprechen, aber ich finde das total einen nachvollziehbaren Wunsch und, ähm, werd das auch mal den Jungs nochmal sagen, wie oft das jetzt hier auch alleine erwähnt wurde und vielleicht entsteht da ja irgendwie was draus. Ähm, wichtig wär's, glaub ich, auch was zu finden, was allen vielen Bock macht. Das ist halt auch immer so ne Sache, dass es ganz schnell Konstellationen gibt, wo dann irgendeiner entweder zu viel Bock hat, ja, also, ich sag jetzt mal, wir spielen zusammen Pal World und dann macht's dem Nils so viel Bock, dass, wenn wir das nächste Mal spielen, Nils Level 72 ist und ein Schloss gebaut hat und, ähm, ja, ich bin immer noch mit einem Steinmesser, äh, da, so das, oder, weiß ich nicht, äh, ne, da muss man halt, da muss man dann halt was finden, wo auch alle dann auch Bock haben. Fortnite. Aber hier, auch so interessant von Bobby. Eine simple Runde, Mensch, ärgere dich nicht. ich hasse Mensch, ärgere dich nicht. Sehr gut. Also, Brettspiel bin ich dabei, Brettspiel bin ich durchaus dabei, also, welche, kann ja auch ein digital übersetztes Brettspiel sein, aber ich hasse schon immer, schon als Kind fand ich Mensch, ärgere dich einfach super scheiße. Es ist so, sehr limitiert an Möglichkeiten, was man hat bei Mensch, ärgere dich nicht, finde ich. Ähm, und sehr luck-based. Dann Monopoly, das ist noch luck-bester. Ja, Monopoly, aber da spielt, da kommt noch mal so eine psychische Komponente irgendwie mit dazu. Okay, Risiko. Aber man hat ja schon oft genug, aber. Ich finde ja hier dieses, ähm, wie heißt das, mit den Zug, äh, Zug und Zug. Ja, das finde ich halt. Das ist super, ja. Ticket to Ride, gibt's auch auf Steam. Macht sehr viel Spaß. Ja, und haben wir auch schon bei Du bist gezockt, äh, während der Pandemie auch schon in der digitalen Variante und das ist richtig geil. Hab ich mir sogar als Fetch-Massel gekauft. Oh. Können wir heute mal einen von den dreien überzeugen. Also, ich werde es auf jeden Fall mal in die Runde tragen und ich kann mir auch vorstellen, dass da was zustande kommt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir das nicht auch schon selber mal, äh, besprochen hätten, aber wir sind halt auch, äh, vier Säcke, die, äh, jetzt nicht die antriebsstärksten sind. Soll keine Ausrede sein, ist einfach nur die Wahrheit. Aber ja, äh, das muss eigentlich mal der Anspruch sein, dass wir häufiger mal was zu verzocken. Sehe ich komplett genauso. Kann ich gar nicht was anderes sagen. So, Kaffee mit Milftasten gibt's nicht mehr. Okay, wusste ich auch nicht. Warum nicht? War doch ein Verkaufsschlager. Äh, ein Sender ohne Outdoor-Manns nur ein halber Sender. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ihr seid, ich bin in eurem Alter. Okay, lese ich jetzt nicht vor, weil, das glaube ich keine Kritik ist. Oder doch, ich lese es doch mal. Ihr seid Popkultur. Ich bin in eurem Alter und bekomme aus, und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Für mich seid ihr Simon, Nils, Budi und du, diejenigen, die mich interessieren, seit MTV-Zeiten. Royal Beef, Starcraft 2, Pen & Paper, egal was ihr zu viert gemacht habt. Hauke Denzel, Trant ab und zu auch mit dabei. Habe ich geschaut. Der ganze andere Kram hat mich nicht interessiert. Ich weiß nicht, ob es noch mehreren so geht. Aber ihr seid für mich die Sympathieträger des ganzen Kanals gewesen, der harte Kern. Jetzt höre ich Almost Daily, morgens im Bus, nach Darmstadt oder bei einer längeren Autofahrt und schaue ab und zu in eure Streams. Pen & Paper, immer noch am geilsten, aber Hauke jetzt in Japan, Simon in Berlin, Budi noch selten on. Für mich war es ja schon immer der Grund, der BTV einzuschalten. Indem ihr weg seid, tue ich das nicht mehr. Also kann ich jetzt natürlich schwer was sagen, weil an den Situationen, dass die Leute weggezogen sind, kann man jetzt natürlich nur schwer was ändern. Ich finde aber, sowas wie Hauke Denzel und Trant zeigt ja auch, dass Persönlichkeiten, die eben nicht Simon, Nils, Budi und ich sind, dass du die auch in dein Herz geschlossen hast. Das heißt, generell scheint es ja möglich zu sein, neue Leute für sich zu entdecken, die man mag und die irgendwie das, ja, das Ganze ergänzen. Also, das ist halt eh immer so ein bisschen, dass die Leute mögen halt keine Veränderungen. Da nehme ich mich auch selber nicht groß raus. Aber meine Erfahrung hat halt gezeigt, dass es halt immer auch ein bisschen Zeit braucht, bis man sich an neue Nasen gewöhnt hat. Weil natürlich auch gerade, wenn man jemanden mag, gerade in so einem Personality-Driven Game, um es mal auf Französisch zu sagen, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, um die Personality von jemandem zu kennen oder kennenzulernen und dann gegebenenfalls schätzen zu können. Also, das ist, ja, genau, Klukas schreit im Real Life nicht anders. Da kann man nicht auch einfach einen neuen Typen mit zur Party bringen und sagen, ja, und jetzt mögt den bitte alle genauso wie den Typ, mit dem ich seit zehn Jahren abhänge. So funktioniert es natürlich nicht. Trotzdem kann dieser neue Typ aber ja trotzdem was mitbringen, was man cool findet. Und jemanden kennenlernen und feststellen, hey, irgendwie, die Person hat was, gefällt mir. Finde ich interessant, mag ich. Und je häufiger ich sie sehe und höre, desto häufiger kann ich connecten und irgendwann gehört sie dazu. Hauke war ja auch nicht von Tag 1 dabei oder Dennis oder Trant oder gut, Trant im Prinzip schon, aber war nicht bei Giga jetzt zum Beispiel dabei oder so. Also insofern kann ich nur appellieren, gibt auch neuen Nasen eine Chance. Ich finde, das ist etwas, was wir bei Rocket Beans eigentlich immer sehr gut hingekriegt haben, dass wir neue Leute gefunden haben, die dann auch schnell in die Herzen der Zuschauer und Zuschauerinnen gewachsen sind. Die Herzen gewachsen sind. Ihr wisst, was ich meine. ja, Florentin, Donny, ich keine Ahnung, man kann hier unzählige aufzählen, macht jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn. Ein Lars, ein Andreas, ja, also wenn sie neu sind, dann werden sie gehasst und wenn sie weg sind, werden sie vermisst. Also es ist immer ein bisschen, ein bisschen von beidem. Trotzdem kann ich verstehen, dass man mehr Simon, Nils, Budi und mich will. Ich kann nur sagen, mich gibt es echt zu Genüge, so, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, mich gibt es zu viel. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, manchmal beneide ich dann so, weiß ich nicht, so einen Tommy Schmidt, der irgendwie so ein einstündiges Format macht und dann, oder, und ein Podcast und einfach Millionär ist und sonst einfach, einfach einer der krassesten Prominenten, die es gibt, aber keiner sieht ihn und ich mache irgendwie 40 Stunden Content pro Monat und die Leute sagen, ja schade, dass man so wenig von dir sieht. Nee, keine Ahnung. Also ich kann, ja, ich kann es verstehen und es ist auch einfach, ich weiß nicht, wie ich das anders, ich habe es jetzt auch schon in so vielen Worten gesagt, ich kann es verstehen, aber diese Kombination, Simon, Nils, Budi und ich, die gibt es immer, wir sind wie Brüder und wir werden auch immer Sachen zusammen machen, aber wir werden, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wird uns genauso viel zusammen geben, wie früher, wie vor 10 oder 15 Jahren. Das ist einfach nicht mehr so, das ist einfach nicht realistisch mit unseren Familien, mit unserem Alter, mit unseren privaten Entwicklungen, das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen und das ist vielleicht auch ein bisschen schade und das kann ich auch nachvollziehen, dass man das irgendwie schade findet. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch fast 20 Jahre lang zusammen und machen ja auch immer noch, seit 20 Jahren, das muss man sich auch mal überlegen, seit 20 Jahren machen wir Content zusammen. So, und dass es jetzt vielleicht ein bisschen weniger ist nach 20 Jahren, als es noch in den ersten 10 oder 15 Jahren war, okay, den Schuh kann man uns den müssen wir uns anziehen und das kann man uns immer als Kritik vorwerfen, aber ja, ich, was soll ich sagen, so, wir machen immer noch Sachen, wir machen immer noch Content, uns gibt es immer noch, wir haben uns immer noch lieb, aber ein bisschen hat sich alles auch verschoben und ich glaube, das ist normal und damit muss man irgendwie einfach leben und das ist auch okay, wenn man dann weniger guckt oder wenn man das nicht mag. Ich wehre mich ja nur dagegen, wenn aus diesen meiner Meinung nach nachvollziehbaren Gründen Hate entsteht oder so Sachen wie halt, ja, euch kann man nicht mehr gucken oder ihr seid scheiße geworden oder sowas. Das ist halt irgendwie, das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt, weil es einfach der Sache nicht gerecht wird. Aber ich kann es auch verstehen, ähm, dass man das irgendwie vermisst, auch wenn man es, selbst wenn man es nachvollziehen kann, kann man es ja trotzdem blöd finden. ne, also, ich kann auch nachvollziehen, warum die Eintracht scheiß Fußball spielt, ich finde es aber trotzdem blöd. So, machen wir weiter. Okay, 900.000 durch den RBSC ist schon krass, hätte ich nicht erwartet. Das Abschalten des Senders fand ich nicht schlimm, schreibt hier Benjamin Überfall, da ich eh immer nur BOD geguckt habe. Aber das Wegfallen von Moin Moin hat mich extrem getroffen. Ich mochte diesen Solo-Podcast von Eddie sehr, noch schlimmer trifft es mich bei Florentin. Von dem höre ich gar nichts mehr, da mich Gaming-Streams nicht jucken und sein Duo-Podcast auch nicht so meins ist. Okay, das hört man selten, Kritik an Podcast-UFO. Ähm, ja, Solo-Podcast habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, ob ich sowas machen soll, aber, äh, ich wollte mir nicht, äh, die Kommentare noch einen Podcast von Ede, ähm, gefallen lassen. Äh, ja, es gibt ja, glaube ich, noch Multiversum von, äh, Florentin und Nils, aber ich verstehe natürlich, Moin Moin hatte eine eigene Magie und haben wir jetzt hier auch schon tausendmal drüber gesprochen, ähm, aber erst mal ist das ja ein sehr netter Kommentar. lustigerweise ist der Ad-Talk, den es ja auf YouTube gibt, ist ja quasi ein Solo-Podcast, wenn man sowas will. Ja, geht schon in die Richtung, ja. Der ist auch bei YouTube als Podcast eingetragen, sprich, ihr könnt den über YouTube als Podcast hören. Ja. Ja, jetzt schreiben wir alle Donnie-Style, ja. Stimmt, ja. Ja, aber, also, ohne Donnie da zu nahe rücken zu wollen, ich höre seit, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren den Bill Burr-Podcast, äh, Monday-Morning-Podcast, das wäre dann für mich, ähm, das Vorbild gewesen, ähm, vom, vom Solo-Podcast. Ähm, so, was haben wir hier, die Einzelstreams, hier schreibt, Burns, Spielwiese, ja. Die Einzelstreams sind für mich ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, gut, dass ihr euch da austoben und tun lassen könnt, was ihr wollt, leider nimmt es auch viel. Es ist sehr zerklüftet, ich muss gucken, was treibt Nils heute, Simon, du, Gregor, was macht Denzel, auch wenn er nicht mehr zu RBTV zählt, was richtig hart ist für mich, es fehlt der, ich sitze bei Freunden auf der Couch-Flair, das gegenseitige Necken, Austauschen über Gott und die Welt reden, den aktuellen Gossip und die anderen Bohnen machen auch einen guten Job, keine Frage, dennoch fehlt was, ja. Ja, ist im Prinzip ja auch, das, was wir schon jetzt häufig gelesen haben, kann ich auch nachvollziehen, ist natürlich so ein bisschen dieses, ich glaube so dieses, was natürlich auch bei dem Sender geil war, was auch schon bei Giga geil war und was jetzt auch bei Beans Home geil ist, aber da ist es halt nur komprimiert auf zwei, drei Stunden, ist so dieses Gefühl der Unberechenbarkeit und da geht irgendwas, du bist in einem Sender und der ist live drauf und es kann jederzeit, kann irgendjemand durch die Kamera gehen und es kann was passieren und sich daraus was entwickeln, irgendwie so dieses, dieses Unberechenbare vielleicht, was natürlich jetzt weniger geworden ist, ganz klar. und auch mehr und natürlich dadurch, dass es jetzt mehr in Formaten produziert und gedacht wird, sorgt das wahrscheinlich auch so ein bisschen dafür, dass so eine gewisse Spontanität natürlich fehlt, klar, die gibt es jetzt darum wieder in den Einzelstreams, da kann man ganz schnell reagieren und ganz schnell auf irgendwas eingehen, aber die gibt es jetzt natürlich bei Rocket Beans TV, wo vorproduziert wird, gibt es das vielleicht auch ein bisschen weniger, so durch die, durch die ganze Umstellung. Ich glaube, man kann das aktuelle View-Erlebnis in einem Satz zusammenfassen, 90% plus der Clips aus den Best-ofs sehe ich zum ersten Mal. Wenn man sehr, sehr wenig auf Twitch unterwegs ist, wie ich, unter eine Stunde im Monat dann bekommt man quasi gar nichts mit. Also das weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass bei den Best-ofs tatsächlich mehr Sachen aus dem Rocket Beans Kosmos sind, als aus dem Twitch-Kosmos. Aber das ist jetzt auch einfach mal so gefühlt. Aber ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir ganz anders geht, also wenn ich das Best-of sehe, da sehe ich auch viele Sachen zum ersten Mal. Deshalb gucke ich sie auch so gerne, weil ich natürlich auch nicht die Zeit habe, alles, was Rocket Beans anbietet, zu gucken. Aber ich sehe halt Rocket Beans eher wie so ein Buffet. Ja, also das ist einfach ein Content-Buffet und man kann da einfach mit dem Teller hingehen und sich dann von dem Content-Buffet, kann man sich so die Sachen auf seinen Teller nehmen, die man mag und manchmal probiert man vielleicht auch was, beißt da rein und sagt, na nee, das schmeckt mir nicht so gut oder man beißt rein und sagt, oh wow, das ist aber lecker, ich hatte ja keine Ahnung. Aber keiner hätte jetzt den Anspruch zu sagen, ich habe das ganze Buffet gegessen. So, und dann kannst du halt dir diesen kleinen Best-of-Teller, Best-of-Buffet-Teller ordern und da sind dann so von jedem bisschen so kleine Canapés und weiß ich nicht so, Appetizer sind dann da so drauf und kannst dann so ganz gezielt mal so ein bisschen rumprobieren und das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil an einem Best-of, dann sieht man ja vielleicht auch mal was, wo man sagt, oh geil, das gucke ich mir jetzt öfter an, wie zum Beispiel in meinem Fall dieses komische Mara-Quiz, was sie da mit Florentin macht, wie heißt das, dieses viel zu harte Quiz oder so, mit den einfach völlig frechen Fragen, die kein Mensch beantworten kann, bin ich auch erst durch das Best-of drauf gestoßen und dann habe ich mir habe ich mir das angeguckt auf ihrem Kanal und das ist ja auch ganz geil, dass man durch sowas auf neue Sachen stößt, so, aber ja, ich verstehe, was hier gemeint ist. hier haben wir das auch noch mal von Mr. Mikron, ich verstehe, dass ihr durch die Senderumstellung weniger Stress habt und das ist gut so, leider geht dadurch auch dieses spontane, chaotische verloren, ja. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut in so einem kurzen, prägnanten Satz. Es ist so, das kann man, glaube ich, gar nicht irgendwie groß widerlegen und ja, es ist einfach so. Es ist so. Aber das Ding ist halt auch die Belastung, wenn ich das noch mal aus der Warte beleuchten kann, die Belastung, als wir den Sender, so die ersten drei Jahre, sage ich mal, des Senders, das war ein Höllenritt, den kann man sich kaum vorstellen. Also, was das an Stress war und ich habe es auch neulich dann in dem React noch gesagt, das ist dann irgendwann gegipfelt in der Pandemie und ich glaube, da hat es dann wirklich den einen oder anderen inklusive mir auch zerlegt, dass man festgestellt hat, okay, das kannst du auf Dauer, auf Dauer kannst du das so nicht mehr leisten. Das ist halt das, was ich, das was ich meine, dass auch der Content, ich meine, wie oft habe ich alleine Kritik gehört, mal berechtigt, mal nicht berechtigt, dass ich unmotiviert bin, dass ich einschlafe, dass ich schlecht vorbereitet bin, solche Sachen. Das hat natürlich auch oft den Grund, wenn du so viel Kram machst, dann bist du natürlich auch nicht immer im Top Game. Das ist das, was ich vorhin meinte, Tommy Schmidt oder Klaas Häufer Umlauf oder wer auch immer, die machen dann ganz gezielt ihre Projekte und auf die sind die fokussiert. Der hat Late Night Berlin, das ist seine Aufgabe, mach Late Night Berlin, dann ist der natürlich on point in der Stunde, wo er Late Night Berlin macht. Aber wenn du halt sieben Formate machst, drei Podcasts, fünf Streams, dann noch im Hintergrund die Geschicke einer Firma mitleisten, also irgendwie, das kannst du ja gar nicht mehr alles auf 100 Prozent leisten. Irgendwo fällt halt immer was runter, ja. Bei mir waren es dann, ähm, bei mir waren es dann zum Beispiel auch so Sachen, ich keine Zeit mehr hatte, äh, so Filme, so viele Filme zu gucken wie früher. Und dann sitze ich bei Kino Plus und dann werden zehn Filme vorgestellt, wovon ich einen gesehen habe. Natürlich sitze ich dann da und höre mir neunmal ein Review zu einem Film an, den ich überhaupt nicht gesehen habe und darf jetzt aber auch nicht gelangweilt da sitzen, weil dann kriege ich aufs Maul, so, dann bleibe ich natürlich fern, weil ich mir dann sage, ja, okay, ich habe neun, zehn Filme habe ich nicht gesehen und ich kann dann nur da sitzen und blöde Sprüche machen oder mich lustig, dann sagen die Leute, ja, kann Eddie eigentlich auch nochmal was Sinnvolles sagen oder kann er nur dumme Sprüche bringen und frech zu den Gästen sein oder so, ne. Und dann denke ich mir, nee, habt ihr recht, eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich in dieser Sendung sitze. Ähm, so, und, ja, das ist halt ein Unterschied. Äh, Daniel hat Kino Plus, der muss sich in Anführungsstrichen nur für Kino Plus vorbereiten. Das heißt, der hat eine Woche lang Zeit, alle Filme zu gucken, alle Reviews zu lesen, alle Informationen zu den Filmen zu lesen und dann on point Kino Plus abzuliefern. Natürlich ist der immer besser informiert und engagiert und weiß ich nicht was in diesem Format. ja, und, ähm, das sind einfach so dann die Sachen, wo man dann einfach sagt, ja, da kann ich, da kann ich einfach gar nicht mehr mithalten. Aufgrund meines beruflichen, meiner beruflichen Realität kann ich da nicht so mithalten. Und wenn das dann zu oft negativ mir ausgelegt wird, dann will ich da natürlich dann auch nicht mehr dabei sein, weil man dann irgendwann sich denkt so, ja, okay, ähm, ich hab einfach weniger Stress, wenn ich dann da nicht mehr mitmache, ich kann mich auf was anderes konzentrieren und ich werd einfach weniger gehasst. Also, es ist ja für mich eigentlich dann eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Was, was hab ich sozusagen davon, ja? Ähm, also, das nur mal so ein, ein Punkt. So, was haben wir hier? Äh, Endres Nicho sagt, durch die Einzelstreams habt ihr große Teile eures Alleinstellungsmerkmals verloren. Egal, ob man Personen von euch mag oder nicht, seid ihr irgendein weiterer Streamer auf Twitch und YouTube geworden. Ist das wirklich so? Das würde ja meiner Meinung nach nur Sinn geben, wenn es nur noch die Einzelstreams gäbe. Aber das ist ja nicht so. Es gibt ja nicht nur die Einzelstreams. Es gibt ja auch noch Rocket Beats TV. Wie, aber wieso? Hier schreiben ganz viele im Chat, es ist so. Macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn man 100% nur noch auf Streaming gegangen wäre und nicht mehr den anderen Kram hat. Ich nehme deinen Stream nicht als RBTV-Content, weil ja eben Wieso haben wir unser Alleinstellungsmerkmal verloren, dadurch, dass wir streamen? Weil es uns zu viel gibt? Gefühlt seid ihr weniger für RBTV verfügbar. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich viel weniger bei Rocket Beans bin als vorher. Glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Wahrnehmungsproblem. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, früher wäre ich nach Rocket Beans, da hätte ich Montags Bundesliga gemacht, meine zwei Meetings gehabt und dann wäre ich einfach zu Hause gewesen und hätte nicht mehr gestreamt. Jetzt mache ich halt den Stream an. Also Also ich finde das, es ist interessant, weil es sehen ja wirklich scheinbar viele Leute so. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass der Stream Bonus ist, also ein Zusatzangebot und nicht etwas wegnimmt von Rocket Beans. Aber ich glaube, ganz, ganz viele empfinden es so ein bisschen als, dass die Streams auf Twitch dass die was dass die was wegnehmen von Rocket Beans. Also ich kann, wie gesagt, ich könnte es halt nachvollziehen, wenn ich dafür meine ganzen Formate bei Rocket Beans nicht mehr machen würde. Aber ich mache nach wie vor Almost Daily, ich mache nach wie vor Bundesliga. Ja, Kino Plus ist aus besagten Gründen ein bisschen weniger geworden, kann aber auch wieder mehr werden. Ähm, ich mache nach wie vor Pen & Paper, das hat nichts mit der Umstellung zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass Hauke jetzt in Japan wohnt. Ähm, ich mache meine Let's Plays mit Colin, ähm, ich mache mit Bei Du bist, wenn es ansteht oder bei anderen, äh, Sachen, also ich mache da nach wie vor, ich kann jetzt nur von meiner Seite aus reden, ähm, für mich hat sich jetzt Rocket Beans Content-seitig nicht so viel geändert. Ja, kein Moin Moin mehr und kein Beanstag mehr, dafür sind andere Formate gekommen. Ähm, ja, Kneipen Quiz, ja. Die Formate und Highlights bei RBTV im Monat sind so viel qualitativer jetzt und einzeln zu verfolgen ist einfach nur geil. Ich gucke Streams wegen einer Person, nicht wegen einer Marke. Mehr in den Game Talk würde ich fühlen. Ja, ich wäre tatsächlich auch gerne häufiger im Game Talk, wenn er nicht zu so unsäglichen Zeiten mitten in der Nacht produziert worden würde, werden würde. Diebson fragt gerade, warum kann der Stream nicht laufen, während der Let's Plays aufgenommen werden und da kann ich sagen, da gibt es inzwischen eine Umstellung, dass auch vor den Live-Items, also vor RBTV Home oder vor anderen Live-Abenden auch mal LPs live aufgezeichnet werden. Das ist quasi genau das, was vor dem Main-Item dann läuft, als Warm-Up quasi. Also das wird jetzt schon ein bisschen mehr wieder gemacht. Ich hoffe, der Ton passt jetzt wieder bei mir, ich habe mich mal ein bisschen neu gepegelt. Lass die Protein-Pizza zum RIP werden. Pneumatischer Aal verschenkt 10 Subs an die Community. Bupp, bupp. Dankeschön, Aal. Aal Bunny. Ich lese auch viel, dass die Beans wieder mehr gefordert werden, also wir vier, aber das ist am Ende ja, was du vorhin schon angesprochen hast, schwierig, das jetzt nochmal wiederzubringen. Ja, kann ich verstehen und wie gesagt, mehr ist bestimmt auch drinnen, aber man muss einfach auch der Realität ins Auge gucken, das nach 20 Jahren und privaten Veränderungen, deshalb meinte ich das vorhin mit, ja, wartet mal, wenn, weiß ich nicht, Matteo, es ist zwar unrealistisch, dass das jemals passieren wird, aber wenn Matteo, Niklas, Leon und so weiter, wenn die alle Kinder haben, wenn die alle zwei Kinder haben, möchte ich mal sehen, ob die auch noch so viel zusammen machen. Wenn, dann nehme ich alles zurück. aber it's a young man's game, was soll ich sagen und wir machen immer noch viele Sachen zusammen, aber ja, da drehen wir uns jetzt langsam auch im Kreis so. Ich finde halt, wenn ich pro Woche, weiß ich nicht, vier, fünf Formate mache für Rocket Beans, dann finde ich, kann man nicht sagen, es ist zu wenig oder da ist nichts mehr. das ist halt einfach ein, weiß ich nicht, da kommen wir einfach dann nicht ins Geschäft, da muss man einfach sagen, okay, dann kann Rocket Beans euch nicht mehr das bieten, was ihr von, was ihr gerne hättet von Rocket Beans, also, ähm, ja, also, wir machen nach wie vor, ich kann ja auch einen Booty nicht zwingen, ich kann ja auch einen Booty nicht vor die Kamera zwingen oder prügeln, so, der hat halt andere Interessen, so, was soll man dann machen, so, und wir machen halt unser Almost Daily und dann sagt man, okay, von denen gibt es halt nur noch diesen einen Podcast, aber von, ähm, Tommy Schmidt und, äh, wie heißt der, gemischtes Hackkollege, gibt es auch nur einen Podcast, eineinhalb Stunden die Woche, von Olli Schulz und Jan Mümmermann gibt es auch nur einen Podcast die Woche, denen wird das so nicht vorgeworfen, ne, das ist so ein bisschen, das Problem ist, Felix Lobrecht, genau, ähm, es ist so ein bisschen ein Fluch der guten Tat, wenn du erstmal hier oben anfängst und dann irgendwann nur noch das hier machst, dann werden die Leute immer schimpfen, dass du nur noch das hier machst, auch wenn der Rest das hier macht, versteht ihr, was ich meine? Ähm, ähm, ja, also ich, mir liegt's auch, mir liegt wirklich nix ferner daran, die Leute zu überreden, ich will nicht, ich will nicht Leute überreden, Rocket Beans oder meine Streams oder was auch immer cool oder gut zu finden, so, weil das klappt eh nicht, mich könnte man auch nicht zu irgendwas überreden, was ich einfach nicht mag oder was ich nicht gerne gucke, so, ich versuch einfach nur ein bisschen Insight zu geben, warum vielleicht manche Entwicklungen so sind, wie sie sind, wenn sie dann nicht immer nach außen hin nachvollziehbar sind, um da so ein bisschen Einblicke zu geben und, äh, manche Kritikpunkte kann ich verstehen und auch nachvollziehen, manche kann ich auch versuchen zu ändern und manche Sachen müssen wir, glaube ich, einfach mitleben, dass die, dass, dass die jetzt so sind, wie sie sind ähm und das wird man vielleicht dann auch, muss man, ja, wird man sich vielleicht, wird man das nicht mehr ändern können. Also ich werde auf jeden Fall den Jungs sagen, wir müssen häufiger sowas zusammen machen, äh, ich kann trotzdem nicht garantieren, dass das dann regelmäßig so stattfindet, dass Leute sagen, okay, jetzt hab ich euch wieder lieb. Hylien Wizard schreibt, ich glaube, weil eure Streams, warte mal, ich kann das doch, weil eure Streams, also nur die Twitch-Streams keine eigene Identität haben, bisher spricht nur eher der große Name, aber die Streams sind jetzt Standard, würde ich sagen, nicht negativ gemeint, aber ihr stecht nicht heraus aus der Masse. Ähm, okay, aber das ist ja jetzt dann eher Kritik an den Streams, das hat jetzt mit Rocket Beans ja nicht so viel zu tun. Ähm, ja, also ich hab, zumindest bei mir, kann ich sagen, ich hab in meinen Streams jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwie aus der Reihe zu tanzen oder so, äh, für mich ist Streaming auch gerade ein, ein krasses Gegenprogramm zu Rocket Beans-Content, weil's so entspannt ist und weil's so unspektakulär ist. Ich hab gar keinen Bock, hier im Kostüm zu sitzen und, ähm, jetzt hier auch noch privat, äh, was heißt privat, aber jetzt hier auch noch fünf Stunden lang, äh, sondern ich bin eigentlich, ich, ich bin eigentlich froh, dass es so ne ganz andere Art von Content und, äh, Entertainment ist, weil, ähm, hier, der Stream ist viel näher an mir und an meiner Realität, als es jetzt zum Beispiel bei Rocket Beans ist. Bei Rocket Beans bin ich viel mehr Showman, ähm, als hier. Hier kann ich halt einfach auch mal jetzt ne Tiefkühlpizza essen und, äh, weiß ich nicht, die Kinder kommen rein und suchen, ähm, was auch immer, den, den Schwimmring, was auch immer das ist und, ähm, ich kann sagen, oh, ich hab jetzt Bock auf das Spiel oder das Spiel oder auch nicht oder ich mach jetzt aus oder ich bin müde oder ich geh jetzt was essen oder das. Das ist für mich hier ein ganz anderes, ähm, ganz anderes, entspanntes Ding und, ähm, auch bei meinen Let's Plays sieht man das dann zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel, da weiß ich auch, ich bin auch nicht der krasseste, also ich bin natürlich Deutschlands Welt, bester Let's Player der Welt aus Deutschland, aber ich bin jetzt kein Entertainment-Let's Player, das weiß ich auch, weil wenn ich ein Spiel wirklich mag und, äh, gerne spiele, dann bin ich auch sehr in, ähm, wie soll ich sagen, bin ich sehr konzentriert und da in dem Spiel drin und vergesse auch manchmal, überhaupt entertainig dabei zu sein, deshalb bin ich dann bei Baldur's Gate auch manchmal eine Stunde lang am Items sortieren und vergesse, dass da noch Leute zugucken, die überhaupt nicht mehr zugucken, weil ich seit einer Stunde zwei Schwerder miteinander vergleiche und mich frage, ob plus vier oder plus, äh, drei auf dem einen Stat besser sind und, und nicht, ähm, aber ich sag auch, ich genieße das auch, ich find das halt auch ganz angenehm, weil das, für mich ist das so ein Bonus-Angebot, wo ich sage, so Leute, ich schmeiß jetzt hier einfach irgendwas an und geil, wenn's euch gefällt, ihr könnt gerne zugucken, super cool, wenn's euch Spaß macht und alles, aber wenn nicht, ist auch okay, so. Natürlich ist es besser, wenn, wenn ihr zuguckt, aber es ist jetzt nicht so, ähm, ich könnte natürlich auch hier Inhalte machen, wo ich weiß, dass die noch, weiß ich nicht, ich red ja auch oft mit Nicola über, über was man machen kann und so und, ähm, trotzdem sitz ich dann hier und denk mir so, ach ja, aber jetzt hab ich doch lieber Bock auf das Spiel anstatt auf das angesagteste Spiel, wo ich weiß, das würde jetzt mehr Klicks bringen oder, ähm, keine Ahnung, dies, das. Ich, äh, find's halt auch irgendwie angenehm, einfach hier mal machen zu können, ohne groß, ähm, ähm, es ist halt eher so wie so ein kleiner Bonusjob. So, guck, Chef C, sag's mal schon auch, ich guck ohne Spaß zu. Bring Jan doch bitte mal Quake bei. Ja, hab ich, äh, wirklich auch schon versucht, ähm, ihn da irgendwie ranzukriegen, aber Jan ist auch vom Typ her ein bisschen ähnlich wie Nils, äh, nicht nur wegen den Sprüchen oder so, sondern auch, dass, die wollen nur Sachen machen, wo sie auch wissen, dass sie ganz gut bei abschneiden. Wisst ihr, was ich meine? Also, die haben auch gar kein Interesse da in, in, in so, ja, wie Matteo, genau, kein so großes Interesse in, in Gefilden zu fischen, ähm, wo man sich nicht so auskennt, im Gegensatz zu dir. Ja, bei mir ist es anders, bei mir ist es so, dass ich erstmal davon ausgehe, dass ich der Beste in allem bin. ähm, und deshalb, äh, immer wieder mich auf dumme Competitions einlasse, um dann festzustellen, oh, Fenix schreibt, ich finde richtig gut, wie du versuchst zu verstehen, was genau fehlt, echt stark, wir können es scheinbar auch nicht genau auf den Punkt bringen, es scheint was zu fehlen, aber was, ne, ich glaube, es ist schon relativ deutlich rausgekommen, was die Leute auch so vermissen, ähm, und es ist aber auch, glaube ich, deutlich rausgekommen, dass manche Sachen einfach auch nicht mehr in der Form zurückkommen, und das, ich glaube, manche Leute haben sich arrangiert damit, dass es eine Veränderung gab, und können sich jetzt an diesem, wie ich es genannt habe, Content-Buffet irgendwie bedienen, und das raussuchen, was sie mögen, und andere Leute haben nicht so Lust auf ein Content-Buffet, ähm, oder denen fehlt dann die eine oder andere Speise, weshalb sie dann auch gar nicht mehr in dieses Restaurant gehen, wo es dieses Buffet gibt, und, ähm, am Ende, ja, muss man dann halt einfach gucken, ich glaube, bei, also aus Rocket Beans Sicht werden wir es einfach nicht schaffen, alle, äh, Leute zurückzugewinnen, die wir irgendwann mal verloren haben, so, damit müssen wir leben, dafür gewinnen wir vielleicht aber auch neue dazu, die uns vorher nicht geguckt haben, und die vielleicht auch die Zeit von vorher gar nicht kannten, und deshalb auch diesen Konflikt, oder diese Diskrepanz gar nicht so in sich tragen, ähm, und andere, äh, kann ich auch nur appellieren, schaut's euch an, guckt, äh, guckt ins Buffet, ob da nicht was ist, für euch, ich, ich hab nicht den Anspruch, oder, Rocket Beans hat auch nicht den Anspruch, dass, dass, dass jemand an das Buffet kommt, und alles von diesem Buffet isst, sondern wenn ihr sagt, ey, ich guck bei Rocket Beans nur noch Almost Daily, dann ist das für mich auch nicht negativ, sondern dann ist das für mich cool, weil ich mir dann denke, okay, geil, ihr guckt Almost Daily, das ist doch super, das ist ja auch ein cooler, ein cooler Podcast, und, ähm, das freut mich, und wenn ihr sagt, ich guck neben Almost Daily, aber auch noch Löffer, Löffer, Löffel, 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 Ja geil, dann hast du schon, dann haben wir schon zwei Items produziert, wo du sagst, die will ich in meinem, äh, in meiner Freizeit genießen, und wenn es fünf sind, sind es fünf, wenn es zwanzig sind, sind es zwanzig, und wenn es, wenn nichts dabei ist, weder im Buffet, noch im Streaming, ähm, und du kriegst das, was du suchst, irgendwo anders, besser, ähm, auch das ist dann einfach okay, und da muss man einfach irgendwie, äh, auch irgendwie damit leben, und, ähm, ja, ich werde mir ernsthaft Gedanken machen, Moin Moin zurückzubringen, und wenn es dann nicht die Raketenquote hat, wir machen echt, wir machen Moin Moin und dann Beanstag, und wehe, Leute, wenn das nicht, wenn das nicht Knossi-Zahlen bringt, dann bin ich aber auch echt pisst, weil dann war das ganze Geschrei und Gewüte in den Comments und weiß ich nicht wo, dann war das, ähm, viel Lärm um nichts, also das muss dann schon, da seid ihr dann in der Bringschuld. Mir ist aufgefallen, dass die Doppelmoderation mir häufig am wichtigsten ist, ob bei NMG, Retro-Club, ja, ich muss tatsächlich auch sagen, Doppelmoderation macht mir auch, äh, am meisten Spaß. schon seit Giga-Zeiten. Das war bei Giga-Games, war das immer sehr weird, wenn du, ähm, irgendwann hatte sich das so, ich glaube, es war sogar, wenn ich mich recht erinnere, so, am Anfang war es verpflichtend, zu zweit zu sein, und irgendwann haben wir das selber so entwickelt, dass dann, dass wir mehr oder weniger gesagt haben, naja, du musst heute eigentlich nicht dabei sein, damit man auch mal einen Abend hatte und nicht, äh, einen Abend frei hatte und nicht immer bis 0 Uhr im Sender saß und dann war es halt auch so, dass dann saßt du halt alleine im Bereich und hast den gemacht, dann hast du auch sofort gemerkt, oh, hier fehlt jetzt irgendwie so, so ein Anspielpartner, aber wenn jemand drauf achtet, ja gut, das wird keiner machen, aber theoretisch könntet ihr es machen, und die Anfangsfolgen von Giga Games vergleicht mit späteren Folgen, dann wird man ganz oft sehen, dass die Bereiche am Anfang immer doppelt besetzt waren und später nicht mehr, später viel häufiger nur noch einer, da saßen ja nur drei Leute im Teufelskreis und so, true story. Outdoor Moin Moin mit Florentine, ja, bin ich sofort dabei, würde ich ja wie gesagt gerne an den Sender pitchen. Und jetzt geht's rüber zum Konsolenbereich. Aber das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Ich werde jetzt noch ein bisschen zocken. Jetzt habe ich so viel gelabert. Ich bin ja auf einige Comments eingegangen. Es gab natürlich noch viele mehr, aber im Prinzip habe ich das Gefühl, dass die sich wiederholen so vom Inhalt. Und ich konnte jetzt natürlich nicht 10.000 Sachen versprechen und so, aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch ein bisschen, ja, dass ich ein bisschen auf diese Kritik auch eingehen konnte und ein bisschen meine Sicht der Dinge zumindest dazu geben konnte. Vielleicht ist es auch mal ein interessantes Thema für ein Almost Daily. Ich habe mir so, gerade kam so die Idee, dass man solche Comments auch mal mit in Almost Daily nimmt und dass man mit den Jungs mal drüber spricht. Weil mich auch interessieren würde, was die so dazu sagen. Und vielleicht haben die ja auch noch mal andere Punkte, die sie nennen oder andere Sachen, die ihnen auffallen oder so. Könnte man mal überlegen. Weil man merkt, das Thema ja ist trotzdem immer noch, auch wenn es schon besser geworden ist, immer noch sehr, sehr, gerade auch bei euch, aber auch bei uns immer wieder Gesprächsthema. Und wir sitzen ja auch oft zusammen und am Ende des Tages darf man ja auch nicht vergessen, dass wir Rocket Beans ja für euch machen und nicht für uns. Also wir haben ja nichts davon, wenn wir tausende Formate produzieren, die keiner guckt oder die niemand sehen will oder so, sondern am Ende des Tages versuchen wir ja, Entertainment zu machen for the people. So. Und deshalb ist es natürlich schon auch immer wichtig, nicht, weil ihr im Supporters Club seid oder Geld spendet oder so, sondern einfach, weil was ist ein Format wert, dass keiner guckt? Nichts. Also am Ende wollen wir natürlich auch, dass das Rocket Beans und der Content und das Buffet, das Content Buffet, das wir machen, dass euch das schmeckt. Und deshalb finde ich das schon auch interessant. Ich finde es aber auch schwer, sowohl als Content Creator jetzt hier auf Twitch oder auch als, als Inhaber von Rocket Beans TV oder so, es ist immer sehr schwer, Feedback von außen richtig zu bewerten. Das wird ja auch oft thematisiert, dass, ne, ihr kennt das ja, wenn man dann auf negative Kommentare eingeht und dann auch oft die Leute sagen, ja, warum gehst du jetzt ausgerechnet auf den negativen Kommentar ein und nicht auf die zehn positiven? Und, ähm, so muss man das halt auch immer gucken, wie, wie muss man, wie, wie muss man Feedback gewichten? Das ist das, was ich halt auch am Anfang meinte mit, es haben nur zwei Prozent Moin Moin live geguckt, 98 Prozent haben es auf VOD geguckt, aber wenn diese zwei Prozent sehr lautstark und vehement fordern, ey, Moin Moin ist nicht mehr live, was ne Scheiße, dann wirkt es erst mal so, als, als ob man komplett an den Leuten vorbeiproduziert hätte, aber, wenn man dann das mit Fakten oder mit Zahlen oder so sich nochmal anguckt, dann wirkt es schon wieder ganz anders und deshalb, ähm, ist es immer sehr interessant, viel Feedback zu kriegen und sich anzugucken, aber man muss es auch immer wieder abgleichen und, ähm, analysieren und bewerten und gucken, was, was davon sind zwar laute Stimmen, aber trifft vielleicht trotzdem nicht die Mehrheit und was davon ist, aber auch wirklich ein Faktor, ähm, den man ernst nehmen muss, wo die Leute sagen, ja, das ist so und, ähm, so ist es dann auch. Also, äh, ihr seht schon, es ist ein komplexes Thema, wie immer und nicht so, äh, muss es denn immer die Mehrheit sein? Naja, nee, es muss nicht immer die Mehrheit sein, aber es muss, wie gesagt, man will ja schon auch nicht am Publikum vorbeiproduzieren, also, kritische Masse hier, das finde ich auch einen sehr schönen Kommentar, würdest du noch derselbe bodenständige Typ sein, wenn das 50 Millionen Abo zielvoll ist oder wirst du dich verändert haben und alle sagen das? Da möchte ich auch ehrlich sein und sagen, da werde ich mich verändern. Also, rein äußerlich werde ich viel machen lassen, wenn die Kohle da ist, das ist schon mal klar, also ein Großteil wird auch in die, ähm, ins Aussehen gesteckt bei mir. Also alleine, da wird es schon Veränderungen geben. Aber ich sehe auch, ehrlich gesagt, keinen Grund, wenn man 50 Millionen Abos hat und wir reden dann ja von 50 Millionen pro Monat. Also, da sehe ich dann wirklich keinen Grund mehr nett zu irgendjemandem zu sein.